Sie sind ja Freunde, sie sich prima verstehen, hip 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 hurra, ob sie weinen oder lachen und am Boden, egal was sie machen. Meine Damen und Herren, was geht ab? Wir sind zurück bei einer neuen Folge Die Deutschen und wir haben heute einen wunderbaren Gast, der uns intellektuell sehr überlegen ist. Er ist, er gehört zu elitären Kreisen. Ein fetter Applaus für Harut Estebao. Vielen Dank Leute, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch da zu sein. Harut bekannt aus dem Internet, Content Creator, er ist Künstler, Maler, arbeitet jetzt auch für den ZDF, macht eine Manga-Anime-Sendung dort, richtig? Richtig. Genau. Und da ich und Shayan ja bekannt sind für unseren künstlerischen Geschmack, haben wir uns nicht schlumpen lassen und haben ihn eingeladen, damit wir reden können über Kunst, was ist Kunst, was bedeutet Kunst, ist Kunst am Aussterben, was macht ein Kunstliebhaber aus, Sachen über Malenzeichen und so über Filme, Musik und... Genau. Wir haben ja, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber wir haben ihn in einer Folge mal erwähnt und wir haben uns darüber lustig gemacht, dass wir diese Kunst-Begutachter, dass wir die nicht verstehen, dass sie so viel reininterpretieren in dieser Sache. Und ich glaube, hoffentlich heute können wir dieses Geheimnis lösen, was wirklich dahinter steckt, ob das wirklich nur dieses Champagner und Haudövre, Haudövre heißt das? Haudövre? Haudövre. Haudövre, glaube ich. Haudövre. Was ist Haudövre? Ich habe keine Ahnung. Das sind so diese kleine Häppchen, wo man nicht satt wird. Achso, ich dachte, das ist die Olive, die in diesem Pfeil da drin ist. Ja, das ist sowas. Achso, okay, das ist Haudövre. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Ich esse sowas nicht. Aber erstmal, bevor wir zu dem Thema kommen, ist erstmal wichtig, dass du, wie es dir erstmal geht. Mir geht es blendend. Gesundheitlich? Perfekt. Gott sei Dank. Sonst, wie war deine Fahrt? Sehr, sehr angenehm. Ich hatte ein paar Bücher, ich habe ein bisschen Tagebuch geschrieben. Du schreibst ein Tagebuch? Ja. Ja? Ja. Jeden Tag? Nicht jeden Tag, aber hin und wieder, ja. Aber das heißt auch Tagebuch. Ja, genau. Dann ist ja drei Tagebuch. Ja, ich bin nicht so konsequent bei sowas, aber wann immer was irgendwie in meinem Herzen lastet, das schreibe ich dann auf. Okay, schön. Ja. Aber liest du es dann irgendwann oder lässt du das? Ja, tatsächlich lese ich das und später verwende ich das auch für Bücher und sowas, die ich schreibe. Ach, das machst du auch noch? Ja. Okay, da wollte ich jetzt hin. Gute Einleitung. Sag unseren Zuhörern und Zuschauern erstmal, was du wirklich alles genau machst. Also, was sind deine handwerklichen Begabungen? Wo bist du gerade tätig? Also, in erster Linie bin ich Künstler und Maler. Ich male großartige Gemälde, wenn ich das so sagen darf. Und nebenher arbeite ich für das ZDF. Ich bin Redakteur und Creator für die. Wir arbeiten an einer großen Anime-Show, die erste im deutschen Fernsehen überhaupt. Dankeschön. Und nebenbei dazu mache ich noch Social Media, Social Media Creator, Videos in jeder erdenklichen Form. Okay, das heißt, du bist Künstler. Das heißt, so wie man sich das Ganze vorstellen kann, banal, in einer Ausstellung Bilder hängen irgendwo. Oder ist es so eher Internet, so NFT und so Sachen gibt es ja auch irgendwie, das ist ja auch Kunst, oder? Ja, Ausstellung mache ich tatsächlich nicht, weil ich habe für mich erkannt, wenn man ausstellen möchte, braucht man oft einen Galerist. Und der hat bestimmte Anforderungen an dich. Er sagt, mal mal solche Bilder, damit sich das und das verkauft. Und ich habe meine eigene Plattform auf Social Media. Da schreiben genug Leute. Und ich kann, wann immer ich möchte, Bilder verkaufen. Aber ich lehne meistens ab. Mittlerweile muss ich das nicht mehr machen. Und ich male nur noch Bilder, wenn ein Auftrag besonders lukrativ ist. Lukrativ, ja. Oder wenn es mein eigenes... Wo die Batzen reinkommen. Ja, sag's doch einfach. Das will ich nicht abstreiten, aber... Ja, klar. Will ich es nicht abstreiten. Fast noch wichtiger ist, dass ich selber Gefallen an diesem Auftrag finde. Also ich habe keinen Bock mehr Sachen zu malen, auf die ich keinen Bock habe. Gut, Bruder, du hast mich erwischt. Ja, das ist wichtig. Ist das so, dass... Ich fand das interessant, was du gesagt hast, weil das wusste ich zum Beispiel nicht, dass wenn man für einen Galerist, also der dir deine Bilder ausstellt, dass er also, wie ein Produzent beim Film, der kann Forderungen stellen. Klar. Okay. Denkst du, weil du sagst, du gehst jetzt den Weg über Social Media und nimmst darüber Aufträge ein. Denkst du, das wird ein Weg sein, wie Künstler in der Zukunft agieren werden? Oder wird... Hat das einen zu... Ist das zu sehr in der Kultur verankert, dass das mit Galerist immer bleiben wird, immer bestehen bleibt? Nee, also schau mal, nicht jeder Galerist erhebt Anforderungen und sagt, das und das musst du machen, damit deine Bilder verkauft werden. Das ist oft so, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, independent eine Galerie aufzumachen. Du hängst deine Bilder auf und guckst, wer da rein spaziert und du verkaufst dann selber auf eigene Faust. Das kann man machen. Aber tatsächlich ist es mittlerweile wirklich so, viele Künstler sind auf Social Media unterwegs und suchen dort ihr Glück. Und tatsächlich werden dann auch viele Galerien durch Social Media aufmerksam auf solche Künstler. Und dann gibt es halt noch, wie soll ich sagen, Galerien in den höheren Kreisen, wo da wirklich elitäre Künstler ausgestellt werden, wo man nur mit großen Connections reinkommt. Ja. Um direkt mal so meine Frage, die ich die ganze Zeit in mir habe, direkt so, weil ich habe keinen Bock, zwei Stunden zu warten. Warum gibt es Gemälde, wo man sagt, für 120 Millionen steigert, für 200 Millionen? Woran macht man das fest? Warum ist das so viel wert? Das hat mehrere Gründe, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest wissen, ist das gerechtfertigt oder ist das nicht gerechtfertigt? Nein, ich will wissen, ob ich so ein Morgen im Bild male und das irgendwie auch nicht stelle. Um diese 200 Millionen zu kriegen. Aber gut, gehen wir erstmal zu deiner Frage, die ja so interessant ist. Warum bist du gerechtfertigt? Ich will einen Batzen machen. Gut, das wollen wir alle scheinen. Ja, okay. Guck mal, also es gibt Künstler, wo das durchaus gerechtfertigt ist, dass das Millionen und Milliarden kostet. Zum Beispiel bei Da Vinci. Der Mann hat nur 15 Bilder in seinem ganzen Leben gemalt und allein durch diese Rarität ist dieser Preis gerechtfertigt. Und Da Vinci ist auch jemand, weil es so selten ist, einmal das, aber er ist auch jemand, der das Ganze untermauert dadurch, dass er einfach krass malen kann. Aber er hat seinen Namen von der Schildkröte geklaut. Ja, dieser Diebstahl muss ihm verziehen werden, aber das ist mittlerweile verziehen. Aber malt er so krass, jetzt seien wir ehrlich, oder ist das nur so, du weißt das nicht mal, ist das wirklich, sind die Gemälde von Da Vinci wirklich so krass? Ich will nicht respektlos sein, ich frage wirklich. Ja, ja, Da Vinci ist wirklich sehr, sehr krass. Man muss aber betonen, dass viel von seiner Berühmtheit daher kommt, dass er diesen Hype durch die Mona Lisa bekommen hat. Und damals gab es so einen krassen Genie-Kult, man wollte die Leute immer zu Genies erklären und hat sich alle möglichen Mythen um sie herum ausgedacht, damit diese Bilder diese große Berühmtheit bekommen. Aber, jetzt kommt's, das wird euch vielleicht überraschen, zu Lebzeiten war Da Vinci gar nicht so erfolgreich, wie man denkt, obwohl er ein krasser Maler ist. Also er ist wirklich ein hardcore krasser Maler, ein Talent, wie es das nie wieder geben wird. So der Michael in der Kunst. Ne, der Michael in der Kunst war tatsächlich Michael Angelo, also Michelangelo. Ja, auch sein Name von der Schildkröte. Auch. Und ich mein Michael Jackson. Ja, ja. Den gibt's nie wieder so in dieser Form. Ja, genau, der Michael Angelo war der Michael Jackson der Kunst. Ah, echt? Ja, ja. Der war nochmal krasser als Da Vinci? Ich finde, ja. Es gab einzelne Aspekte, wo Da Vinci überlegener Italiener war. Leute, ich kann euch jetzt erzählen. Ja, wir lieben das schon. Das ist voll interessant, wie du es jetzt hier wirklich. Ja, hörst du, ich erzähl euch, ich erzähl euch was, das werdet ihr niemals hören. Erstmal, warum sind es alle Italiener? Weil die Renaissance damals in der, in Italien stattgefunden hat. Genauer gesagt in Rom, Florenz und Venedig. Okay. Und das war damals ein krasses Handelszentrum. Dort kamen die teuersten Farben vom Ausland hin. Dort gab es Häfen und die wurden dann nach Italien verteilt und die Leute hatten halt auch das richtige Futter, um gut zu arbeiten. Es gab dort eine krasse Familie, die Medici, vielleicht habt ihr von denen gehört. Das ist eine Bankier- und Handelsfamilie. Und die haben dann aus heiterem Himmel, das war eine Fügung des Schicksals, die haben einfach beschlossen, wir wollen jetzt den Künstlern eine Plattform bieten und was immer das kostet, wir bezahlen das. Also YouTube vor 500 Jahren. Ja, genau. Und der glückliche Zufall war der, dass zu dieser Zeit auch ein Michelangelo existierte, ein Da Vinci existierte und ein Raphael existierte. Die haben gleichzeitig gelebt? Die haben alle gleichzeitig gelebt. Michelangelo und Raphael haben sogar zeitgleich in der Sixtinischen Kapelle gearbeitet. Ja, okay, das ist krass. Das ist krank. So was wird es nie wieder geben. Vier solche Genies. Tizian hat auch zu dieser Zeit gelebt. Tizian, ein Künstler, der nicht so bekannt ist wie Da Vinci, Raphael und Michelangelo in der Allgemeinheit, aber was malerische Fähigkeiten angeht, ist er ihn auch in vielen Sachen überlegen. Was mit dem vierten Turtle, Donatello? Donatello zählt eigentlich nicht zur Renaissance, sondern zur Frührenaissance. Das heißt, der hat ein bisschen früher gelebt. Echt? Ja. Boah, dann haben die ja die Turtle-Comicschreiber mir ja uns angehoben. Ja, ja. Weil die sagen, wir haben die vier Schildkröten nach den Malern der Renaissance. Ja, wenn man, das kann man durchgehen lassen, aber wenn man ganz streng ist, gehört Donatello eigentlich zur Frührenaissance. Ich finde das voll interessant. Jetzt geht weiter. Hör zu, Alter. Jetzt geht es erstmal ab. Ja. Schau mal. Irgendwann, also wir kamen ja darauf, weil ich gesagt habe, Da Vinci war zur Lebzeiten nicht ganz so erfolgreich. Zeichnerisch, wie gesagt, toppt hier kranker Maler, aber er war unzuverlässig. Er hat seine Aufträge nicht zur richtigen Zeit abgegeben. Er hat die Mona Lisa niemals dem Auftraggeber ausgehändigt. Er hat sie dann mitgenommen und ist dann zum französischen Königshof später gegangen, weil er dort mehr Respekt bekommen hat. So. Und... Ich weiß, dass der denkt, dass er... Von Nisa halt, ne? Ja. Jedenfalls, ihr müsst euch vorstellen, dadurch, dass so kranke Künstler alle zur selben Zeit gelebt haben und alle eine kranke Reputation hatten, war es schwer, sich für Da Vinci zu behaupten. Sorry, dass ich da nochmal reingrätschen muss, aber ich will nochmal an den Anfang, also es gab diese Handelsfamilie, die gesagt haben, ey, wir pushen jetzt Künstler. Ja. Wie haben die das genau gemacht? Also was ist da genau geschehen, dass dadurch die italienische Renaissance entstanden ist? Also die italienische Renaissance ist nicht unbedingt nur durch diese Medici-Familie entstanden, das war ein Punkt davon. Okay. Ein anderer Punkt war, dass es kranke Bücher zu dieser Zeit gab, zum Beispiel von Dante Algieri, der ist übrigens auf der 2-Euro-Münze von Italien zu sehen, ein kranker Schriftsteller und viele andere Entwicklungen, viele künstlerische Entwicklungen gab es, die die alten Meister aus dem antiken Griechenland wurden wiederentdeckt, Statuen wurden geborgen, dies und das und das hat viele Künstler inspiriert. Deswegen auch Renaissance, Wiedergeburt, weil diese alte klassische Kunst wiederbelebt worden ist. So. Die Medici hat auch nicht jeden gefördert, die haben ein paar Künstler gefördert, unter anderem Michelangelo. Da Vinci zum Beispiel wurde nicht von denen gefördert. So. Weil er unzuverlässig ist. Unter anderem, ja. Der Keck. Der Keck, Alter. So. Und so entstand halt das Ganze. So ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und irgendwann gab es dann ein krasses Duell zwischen Da Vinci und Michelangelo. Er sollte sich rausstellen, wer ist jetzt der König der Malerei. Und Michelangelo musste sich noch als malerischer Künstler beweisen, weil er war in erster Linie ein Bildhauer. Er hat den David gemeißelt. Das war der auch noch? Ja, ja. Der war auch Bildhauer. Also gemeißelt und ein Maler. Und er war auch Schriftsteller. Er hat kranke Gedichte geschrieben. Michelangelo hat richtig kranke Gedichte geschrieben. So. Übrigens, Funfact, er hat diese Gedichte für einen Typen geschrieben, in den er verliebt war. So. Ah, okay. Der war schon, der hat die Zeit schon vorausgesehen. Der wusste, was gut ist fürs Business. Der wusste, was gut ist. Aber er war tatsächlich, so sagt man, ein Leben lang keusch. Also er hat niemals Geschlechtsverkehr gehabt. So, sagt man. Weil er der Meinung war, dass... Weil er eine Schildkröte ist. Einmal das, das würde alles zu langsam gehen für ihn. Und weil er der Meinung war, das lenkt einen vom Kunst und vom Schaffen ab. Das stimmt. Es ist wirklich so. Ich kann das bestätigen. So. Jedenfalls gab es dann dieses kranke Duell zwischen den beiden. Guck, was er für ein Wissen hat. Ich hab ein Wissen. Wie viele Filme verdammt gedreht. Ich bin so... Und du hast halt... Ich guck dir die ganze Zeit so an, weil ich denk mir so, krass, was der alles weiß. Und auch noch, wie du es erzählst, so schön. Ja. Und in jedem Moment, wo du es erzählst, bin ich abgeschweift und hab so meine Datenbank aufgerufen. Was ich so weiß, ne? Was ich weiß. Und ich höre, da kam nicht mal ein Affe, der so gemacht hat. Das war einfach so krass. Ja, Leute, ich muss sagen, manchmal drifte ich in meine eigene Welt ab und erzähle und ich merke gar nicht, ob das Leute interessiert oder nicht. Nein, unter anderem das voll. Erzähl weiter. Es ist sehr interessant, jetzt wirklich. Ja, wirklich jetzt. Wirklich sehr interessant, weil das ist so... Ja, egal, mach weiter. Das ist sehr interessant. Okay, es kam zum Duell. Da haben wir... Genau so. Eine Zwischenfrage. Ja. Waren die Freunde? Nein, die waren Konkurrenten. Und die haben sich gegenseitig auch nicht gemocht. Zumindest weiß man, dass Da Vinci Michelangelo nicht gemocht hat. Michelangelo, die haben zwar zur selben Zeit gelebt, aber Michelangelo war um die 20 Jahre jünger. So. Und er war schon mit 20 Jahren jünger weit besser angesehen als Da Vinci. So. Und es kam dann, das erzähle ich euch, Leute, ich baue mal 20 Brücken zu Funfacts hin und wieder. Es gab so eine Erfolgsentscheidung, als Da Vinci sein, äh, als Michelangelo seinen legendären David gemeißelt hat. Diese Statue, die fünf Meter groß ist, die in Florenz steht. Als er die gemeißelt hat, gab es so ein Volksentscheid und man sollte entscheiden, soll diese Statue im Zentrum von Florenz stehen, damit alle sie sehen können, damit alle beeindruckt von ihr sind. Und in der Jury, die das zu entscheiden hatte, war auch Da Vinci und er hat gesagt, nee, ich möchte das nicht. Oh! Er hat gesagt, nein, Mann, der soll... Sehr objektiv wahrscheinlich. Ja, sehr objektiv. Die haben... Dieser Da Vinci hat ganz viele Attribute, die ich auch von jemand anders kenne. Ja? Ja, ja. Aber weiter. Gucken wir mal, ob das so übereinstimmt alles. Hör zu, es geht auch weiter, ne? Ja. Der Da Vinci ist so ein Hund, ne? Später, als Da Vinci dann diese Statue gesehen hat, hat er tatsächlich Inspiration dadurch bekommen. Da Vinci hat immer alte und relativ schmächtige Leute gezeichnet. Immer sehr, sehr dünne und realistische Menschen. Michelangelo hat gottgleiche Menschen gemalt, muskulöse Leute. Der hat sogar Frauen muskulös gemalt. Er hat auch, wenn er Männer gezeichnet hat, wenn er Frauen gezeichnet hat, hat er auch Männer als Referenzen genommen. Das sieht man ganz oft in seinen Statuen. Tatsache aber ist, als er dann die Raphael-Statue gesehen hat, hat Da Vinci plötzlich nicht mehr so dünne alte Menschen gemalt. Er hat junge und kräftigere Menschen gemalt. Das sieht man in seinen Notizen. Und man merkt, das möchte Da Vinci natürlich nicht zugeben, aber er wurde inspiriert von Michelangelo und nicht umgekehrt. So. Und dann kam dieses Duell. Tja, aber das ist doch echt ja Beef. So Tupac und B.I.G. Was ging da ab, Alter? Ja, das ist voll geil. Ja, so. Und irgendwann wurden die dann von der Stadt engagiert, für das Rathaus Bilder zu malen. Jeder bekam eine Seite. Michelangelo auf der Seite, Da Vinci auf der Seite. Und beide mussten Bilder malen. Und da zeigte sich, da sollte sich entscheiden, wer ist jetzt der krankeste von allen. Und das Lustige ist, beide haben natürlich verschiedene Talente. Ich will nicht sagen, Michelangelo ist besser, Da Vinci schlechter. Ich mag Michelangelo mehr persönlich. Aber beide haben verschiedene Talente. Beide kennen verschiedene Sachen besser. Michelangelo kann zum Beispiel besser Gruppenkonstellationen malen. Da Vinci kann besser Individuen malen. So. Und bei beiden Bildern kamen die Stärken zum Vorschein. Aber beide Bilder wurden nie fertiggestellt. Von beiden Bildern existieren halt nur die Vorzeichnungen. Ich hab gesagt, Da Vinci war unzuverlässig. Aber Michelangelo auch. Er war auch recht unzuverlässig. Er hat halt Glück gehabt, dass der Papst ihn cool fand und ihn immer finanziert hat. Und auch, dass ihm verziehen wurde, wenn er Sachen unvollständig gelassen hat. Es wurde also nie entschieden. Aber, wie gesagt, am Ende des Tages hat Michelangelo den Da Vinci mehr inspiriert. Also, was ich aus der Geschichte rausnehme, das, was wir auch heute kennen, dass viele Künstler alle eine kleine Meise haben. Safe. 100 Prozent. Auch wir. Ich würde sagen, ohne geht es gar nicht. Und dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Ja, auch. Das zeigt das auch. Ist, okay, dann war das zu Ende. Das heißt, es konnte keine, das Volk oder das Volk oder wer immer da die Instanz war, die das entscheiden sollte, es konnte keine Entscheidung gefällt werden, wer ist der Bessere. Ja. Richtig? Genau. Okay. Dann haben die aber weiter gezeichnet zu ihren Lebzeiten. Was ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja nicht so da drin, deswegen finde ich es interessant, dass Michelangelo, wie wird es eigentlich richtig ausgesprochen? Michelangelo, Michelangelo? Eigentlich Michelangelo, aber ich sage Michelangelo, wir sind hier in Deutschland. Okay, genau, man. Michelangelo, der war natürlich auch Bildhauer, Leonardo da Vinci war nur Maler, ja? Richtig. Okay. Dann gab es noch diesen Raphael, der war aber nicht auf deren Level. Doch. Also viele sagen, Picasso sagt das auch, jemand, der 400 Jahre später gelebt hat, Picasso sagt auch, Raphael war der Krankeste von denen allen. Und das muss man dem zugutehalten. Nur sein Marketing war schlecht. Nee, sein Marketing war auch gut. Raphael hatte auch Unterstützung vom Papst. Aber was er meint, und das stimmt, dass ein Michelangelo und ein Leonardo da Vinci, diesen Namen kennt jeder, selbst Leute, die nichts mit der Kunst zu tun haben, wie wir. Raphael nicht. Und da muss man ja schon sagen, dann ist ja das Marketing bei anderen besser oder nicht. Sehr, sehr schwer. Weil du musst ja von dem 0815 Menschen nicht von dem Kunstdieper ausgehen. Ja. Marketingtechnisch kann man das durchaus unterschreiben, aber keiner wissen, Raphael war ein eigenes Level, Alter. Der hat auch ein kurzes Leben gehabt. Der ist mit 37 schon gestorben und konnte sein Talent gar nicht entfalten. Michelangelo ist fast 90 geworden. Boah. Michelangelo hat fast schon nach der Renaissance schon die nächste Periode eingeleitet, die nächste Epoche eingeleitet, den Manierismus. Okay, bevor wir zu dem Maninismus kommen, kann ich noch fragen, weil das glaube ich, habe ich überhört. Da Vinci war in der Jury wegen der Statue. Hat seine Stimme dazu geführt, dass die Statue nicht aufgestellt wurde oder wurde sie trotzdem aufgestellt? Sie wurde trotzdem aufgestellt. Okay. Sie steht immer noch da, ne? Jetzt steht eine Kopie dort, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn so eine Marmorstatue jahrelang dem Wetter ausgesetzt wird, verliert sie natürlich an Stabilität und so weiter. Und sie hat auch tatsächlich an Farbe verloren. Dieses Band, was dieser David um den Körper trägt, das war eigentlich golden angemalt, die Farbe ist abgegangen und jetzt steht sie halt in der Galeria Akademie auch in Florenz. Und eine Kopie steht stattdessen jetzt auf dem Marktplatz. Wie ist das in der Kunstszene? Sagt man dann, ey, dieses Gold ist abgegangen, lass das nochmal neu drauf machen oder sagt man, nein, man darf nicht da dran? Schwierig, beides. Also dieses Gold hat man nachträglich nicht hinzugefügt, aber Michelangelo hat auch ein anderes krankes Bild gemalt, nämlich das jüngste Gericht, das auch in der Sixtinischen Decke hängt. Das mit den, wo die, wo die, nee, nee, das ist die Sixtinische Decke und die Erschaffung der Welt und viele biblische Szenen. Und dafür hat er nur vier Jahre gebraucht, eine Rekordzeit. Das Ding ist fast so groß wie so ein Fußballfeld, ne? Also 13 mal 14 Meter oder so. Und das hat er komplett selber gemacht? Ja, das ist nicht normal. Er wollte das gar nicht machen, man. Er wollte es nicht machen. Das ist schon... Er wurde gezwungen vom Papst, er hat gesagt, mal das, damit ich unsterblich werde. Und dann hat er das fertig gemalt und zwei Jahre später ist er gestorben, der Papst. Also gut, dass er dazu gezwungen worden ist, das zu machen. Das ist fast sein Hauptwerk. Und ja, jedenfalls beim letzten Abendmahl wurde tatsächlich eingegriffen, weil er die Leute dort nackt gemalt hat. Und viele religiöse Leute wollten nicht, dass nackte Menschen da zu sehen sind und die haben dann halt mit so einem Ländenschutz da ein paar Sachen verdeckt. Das letzte Abendmahl ist ja auch so ein berühmtes... Das Bild meinst du, ne? Nee, nee, das jüngste Gericht, meinte ich. Ja, das jüngste... Das letzte Abendmahl ist das auch einer von... Das ist von Da Vinci. Das auch... Das heißt, der die Mona Lisa gemalt hat, ist der, der das letzte Abendmahl... Dieses Bild sieht man ja auch in tausend Filmen gibt es ja... Das ist schon verrückt. Da hab ich noch eine Frage. Ähm. Man sagt ja, oder die Theorie, ich weiß nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist, dass die Mona Lisa in Paris nicht die echte sein soll. Weil die wurden mal geklaut und das Original wurde nur nie gefunden oder so. Irgendwie sowas, stimmt das? Ja, diese Theorie hört man sehr, sehr oft. Man kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich glaube schon sehr fest daran, dass das die originale Mona Lisa dort ist. Sie wurde mehrmals geklaut tatsächlich, ja. Ja, aber wer hat die dann immer wieder geholt? Ethan Hunt, James Bond. Die Regierung, ja. Es hat einen Italiener geklaut, sie waren halt in Frankreich. Das kennt man ja von denen nicht anders. Einen Italiener hat sie geklaut und nach Italien gebracht, weil er sagt, Da Vinci ist ein Italiener, der gehört hier zu uns. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber Da Vinci ist freiwillig nach Frankreich gegangen. Ah, das heißt, ein Italiener hat das geklaut, weil er sagt, ey, das ist unser Kulturgut. Das war sein Grund. Nicht, weil er den Reibach machen wollte. Das kann sein. Vielleicht hat er das auch als Grund gehabt, aber ich glaube... Kannst du das nachvollziehen? Wenn einer so denkt? Diebstahl ist Diebstahl. Ja, genau. Wir sind korrekt. Fühle ich. Diebstahl ist Diebstahl, egal. Ja, ich habe geklaut, weil ich Hunger habe. Gehe arbeiten. Ja. Ist, äh... Okay. Die... Können Künstler das wirklich, diese Kunstkritiker, sehen, ob diese Mona Lisa... Wie man das in den Filmen immer sieht, dass er sagt, das ist unecht. Das ist eine Fälschung. Ja, das ist ein bisschen ein Märchen. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Künstler Wolfgang Beltracki? Der mit seiner Frau? Ja. Der diese alles gefälscht hat? Ja, ja, ja. Der... Habe ich dir doch erzählt. Ja, ja. Krass, hast du mir vor paar Tagen erzählt? Ja, der ist halt nicht von diesem Level, Alter. Also was der kann, das kann halt keiner. Er hat halt... Er lebt noch, das ist das Kranke, aber er hat den krankesten Kunstfälscherskandal aller Zeiten gemacht. Also aller Zeiten. Man muss unnormal belesen sein. Also was ich weiß, ist nichts dagegen, was der weiß. Man muss unzählige Biografien studiert haben. Kunsthistoriker muss man sein. Restaurator muss man sein. Und halt auch ein Maler, der alle Stile beherrscht. Und das konnte der alles. Warum kam er dann ins Gefängnis? Der hat einen Orden verdient. Ich höre, der ist voll... Der ist ein Superbrain. Den muss man studieren, den Mann. Ich fühle das. Ich liebe den. Ich habe seine Biografie gelesen. Was der alles erzählt hat, ist nicht normal. Jedenfalls, er wurde halt ins Gefängnis gebracht, weil er halt eigentlich nur die Unterschrift gefälscht hat. Also, ja. Irgendeine Urkundenfälschung. Ja, er hat... Gesetzesbruch, ne? Ja. Das ist Gesetzesgebrochen. Aber ich wieder jetzt meine andere, habe ich eine andere Meinung. Schaut mal, das Ding ist, er hat was sehr, sehr Kluges gemacht. Er hat nicht einfach irgendwelche Bilder abgemalt, sondern weil er diese Biografien dieser Künstler so gut beherrschte. Hat die Geschichte nachgekonstruiert, ne? So ähnlich. Er hat Bilder gemalt, die der Künstler theoretisch hätte malen können, dem Lebenslauf nach, die aber verschollen sind. Zum Beispiel Bilder, die verschollen sind und nicht im Werkverzeichnis aufgeschrieben sind. Was ist das denn für ein Freak? Alter, ja. Dass der sagt, ey, ich weiß genau, was der hätte machen können und er beherrscht den Stil so gut und kann sich da reinleben, dass die Kunstliefer, die das dann geglaubt haben, ey, das ist echtes Werk, so und so. Der Mann ist eine KI. Der Mann ist eine KI, aber der ist noch ein bisschen mehr als das, ne? Schaut mal, es gibt einen Künstler, der heißt Heinrich Kampendong, der... Ich kenne nur Howard Carpendale. Ja, Howard Carpendale ist wahrscheinlich sogar berühmter. Der hat halt moderate Beliebtheit genossen. Er war jetzt nicht ein Da Vinci und er war auch kein Raphael und er war auch kein Rembrandt, nichts. Also man kennt ihn, Künstler kennen ihn, aber die Allgemeinheit kennt ihn nicht. Und dieser Wolfgang Beltracki, dieser Kunstfälscher, hat ein Bild von Heinrich Kampendong gefälscht, das nicht existierte und hat dafür den höchsten Preis bekommen, also einen höheren Preis bekommen als die eigentlichen Bilder von Heinrich Kampendong. Er ist ein besserer Heinrich als der Original-Heinrich. Er ist ein besserer Heinrich als der Original-Heinrich. Ich habe ja das so ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, der wurde ja erwischt, nur weil er eine Farbe benutzt hat, die es damals gar nicht gab. Genau. Das heißt, er wäre entkommen sogar noch. Er wäre entkommen. Er hat ein 1% Titanweiß reingemischt, eine Farbe, die es damals nicht gab und die ist nur durch Zufall reingeraten, weil sie in einer anderen Farbmischung war und dann wurde er halt erwischt. Aber alle anderen Bilder sind abgenommen worden, alle anderen Bilder haben Labortests standgehalten. Und zertifiziert alles. Alles drum und dran. Ey Jungs, dieser Typ ist wirklich ein Genie. Das habe ich ja erzählt, der ist auch hingegangen. Ja, aber das ist ja richtig. Der hat auch so, seine Frau, seine Frau hat ja mitgemacht. Genau. Seine Frau hat ja so Bilder in so alten Klamotten gemacht und haben dieses Bild so nochmal fotografiert, aber dann in so eine Polaroid-Kamera. Genau, genau. Und sagen, ja, das war von meiner Großmutter, erhingen das schon. Genau. Ich kenne jemanden, der kennt diesen Wolfgang. Der wohnt in Südfrankreich und chillt sein Leben. Aber dieser, der ist ja richtig abventioniert. Ja, aber seine Bilder sind jetzt selber unter seinem Namen auch viel wert. Ja, er sagt, er muss nur sechs oder zehn Bilder malen im Jahr, damit er davon leben kann. Aber was hat er bekommen? Wie lange musste er denn in den Knast? Ich weiß es nicht. Ich glaube, fünf Jahre ungefähr. Vier, fünf Jahre. Also auch hart. Aber ganz ehrlich, das ist es wert. Übrigens, der hat so einen romantischen Briefaustausch mit seiner Frau gehabt. Briefe unter Engeln heißt das. Die zwei lieben sich halt unnormal. Und als sie in Untersuchungshaft war, durften sie sich nicht sehen und haben Briefe ausgetauscht. Sehr, sehr romantisch. Wolfgang, der Romantiker. Diese Briefe sind jetzt so 20.000 Euro wert. Nee, die wurden als Buch veröffentlicht. Das kann man nachlesen. Oh, und Frauen lesen jetzt diese Briefe und wollen nur einen Mann, der so mit denen lebt. Naja, die sagen, Schatz, wieso schreibst du nicht? Krass. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Was für mich sehr unvorstellbar ist, wo ich sage, wie geht das? Wie kann ein Bild so 500, 600, 700 Jahre das Original so erhalten bleiben? Es muss ja irgendwann mal gesichert worden sein. Die Menschen haben ja nicht mehr gelebt. Die Generation. Wie sichert man so ein Bild über so viele Jahre? Jetzt ist es im Museum. Panzerglas. Das Ding ist da safe. Außer wenn dann so dieser französische Spider-Man kommt. Hast du die Doku gesehen? Nein. Wo der Typ, der in so eine Kunstgalerie einbricht. Wie? Erfolgreich? Erfolgreich. Wie in so einem Film? Ja. Das ist so krass. Soll ich euch erzählen? Ja, klar. Nach der Werbung. Wir sind natürlich auf Tour. Ja. Ja, die deutsche Tour. Wir sind am 21.11. in Oberhausen. 22.11. in Hamburg. 23.11. in Berlin. 28.11. in Stuttgart. 29. Frankfurt ist schon ausverkauft. Dafür haben wir eine Zusatzshow gemacht. Am 30.11. Frankfurt das Finale. Kommt alle vorbei. Gönnt euch Tickets. Bringt Freunde, Familie mit. Es wird grandios. Es wird einzigartig. Es wird nicht nur Comedy geben, sondern wirklich Star, Stars, Stars mit Musik, mit allem drum und dran. Es wird eine Entertainment Show. Entertainment Show, ja. Also für Spielspaß ist für jeden geeignet. Ist gesorgt. Ist für jeden geeignet, auch ab zwölf Jahre oder so. Also da ist keine irgendwas, was man erst ab 18 hören darf oder so. Es ist einfach eine Entertainment Show für die Freunde und Familie. Der ist hingegangen, der ist berühmt geworden, dass der immer über die Dächer, der ist diese Hauswände hochgeklettert und ist über den Dächer hingestiegen, weil die haben meistens keine Alarmanlagen an und die Fenster auf, weil die sagen, ja wir sind im 18. Stock, da geht ja keiner hin. Ah, aber es ist in der heutigen Zeit. Ja, ja, vor ein paar Jahren. Das gibt eine Doku auf Netflix. Und er ist überall eingebrochen, auch wenn die Leute geschlafen hat. Er hat niemals eine Waffe benutzt, hat niemals irgendwas jemandem wehgetan. Ist ein ehrenhafter Dieb. Der ist einfach reingegangen und hat einfach alles entwendet. Und dann hat jemand zu ihm gesagt, ey, ich hab da einen Tipp. Es gibt eine Kunstgalerie, du kriegst irgendwie, lass mich lügen, ich weiß nicht mehr wie viel, eine Million Euro oder so. Hier hast du eine Anzahlung von so viel, geh mal da rein. Und wie er das dann gemacht hat, das ist unglaublich. Unglaublich. Und die Bilder, das waren Originalbilder, die sind alle weg. Weil dem Typen, den er es verkauft hat, also der Zwischenhändler, der es dann illegal verkaufen wollte, als die Polizei Wind bekommen hat, hat er die Bilder zerstört und verbrannt. Wegen Beweis. Nein, Mann. Ja. Aber wie er da eingestiegen ist, unglaublich. Der hat das über Tage lang, hat er diesen Einbruch gemacht. Also, der hat sich immer, hat so ein Fenster entdeckt mit so Gittern. Und dann hat er entdeckt, dass die Gitter so ein bisschen lockerer sind. Und dann immer nachts, auf der Hauptstraße, hat er einfach so ein schwarzes Vorhang so aufgebaut. Und er war vor dem Vorhang, also hinten, dass es so dunkel aussieht. Und dann ist er hingegangen, hat er so angefangen, mit Akkuschraube die Schrauben rauszuholen und hat die immer am gleichen Tag wieder so bemalt, mit Farbe. Dass man nicht sieht, dass die Schrauben fehlen. Die waren aber alle locker. Dann hat er das Glas ausgeschnitten am nächsten Tag. Und dann ist er rein. Und dann siehst du wieder, der rumläuft, auf den Überwachungskameras. Wie läuft der rum? So normal? So wie nichts wäre. Läuft. Okay, das ist aber Mut. Das war richtig krass. Irgendwas, ihr müsst ja auf Netflix gucken. Spider-Man Frankreich. Aber naiv zu glauben, dass man damit davonkommt, originale Bilder zu verkaufen. Und weißt du, warum er erwischt worden ist? Die haben irgendwann, dieser Coup war so krass, dass ihre Akte durchgegangen sind und sagen, wer könnte überhaupt sowas hinkriegen von diesen Leuten? Und dann kamen die nur auf ihn. Ah, das heißt, er war schon bekannt. Er war schon bekannt. Wie bei Ocean's Eleven. Ja, die wussten, dass er das sein müsste. Dann haben sie überwacht. Und er hat es niemandem erzählt, außer einen. So einen Obdachlosen von der Straße. Denen hat er es immer erzählt. Und der hat dich gehalten. Der hat nix gesagt. Der Obdachlose? Boah. Der hat nix gesagt. Aber dann haben die ihn abgehört. Und dann hat er irgendwann den Obdachlosen ein Handy geschenkt und hat ihn immer angerufen. Das war sein einziger Freund. Das ist eine schöne Geschichte eigentlich. Und hat ihn angerufen. Und durch diese Anrufe wussten sie, dass er es ist. Weil er immer das erzählt hat. Ey, ich hab's immer noch gemacht. Die verfolgen mich und so. Und dann, wo er ins Gefängnis kam, hat eine Frau ihn über die Nachrichtensender entdeckt und hat gesagt, ey, der ist voll sympathisch. Der ist voll schön. Und hat ihm immer Liebesbriefe geschrieben. Und die haben jetzt geheiratet. Also der hat die geheiratet und ist jetzt raus aus dem Gefängnis. Und dann hat er diese Netflix-Log. Er spricht die auch selber, ne? Ah, okay. Er spricht die auch selber. Er sagt, ja, hier war ich da. Dann hab ich das und das gemacht. Okay, interessant. Und dann war so ein Kunstliebhaber. Bei dem ist er auch zu Hause eingestiegen. Hat so voll viele Bilder geklaut. Und als er das dann gehört hat, hat er gesagt, eigentlich für diese, was er gemacht hat, hätte er die Bilder behalten müssen. Aber gib mir meine Bilder trotzdem wieder zurück. Ey, geil. Also krasser Typ. Wie lange saß der? Ich weiß nicht. Ich glaub so acht, neun Jahre, zehn Jahre, sowas. Heftig. Da merkst du, was Kunst für einen Wert hat, ne? Für die westliche Gesellschaft, dass du... Ja. Aber ich glaub auch überall. Ich glaub auch, wenn du in China irgend so eine jahrtausendalte Statue irgendwie beschädigst, dann bist du aber auch weg. Da bist du aber wirklich dann weg vom Fenster. Der in Nordkorea hat im Hotel einfach ein Bild umgedreht. Und ist irgendwie 15 Jahre lebenslängig oder so hat er gekriegt. Und dann hat er, ist er ja nach drei Jahren nach Amerika ausgeliefert worden. Und er ist ja gestorben nach sechs Monaten. Dann haben die gesagt, die haben ja irgendwelche Versuche mit dem gemacht. Chemische Substanzen. Der hat ein Bild einfach umgedreht. Der Arme. Ja, meine Damen und Herren, kein Bild mehr umdrehen. Nicht von nirgendwo. Ah? Acht Jahre. Acht Jahre. Der Franzose. Der hat ein Bild umgedreht. Der hat sich mal kaputt gemacht, nur gedreht. Alter. Was mir bei dir aufgefallen ist, so bin ich ja auf dein Content gekommen, ist, dass ich, der sich null für Kunst interessiert, also gar nicht, dass du eine beruhigende Art hast, darüber zu reden. Deswegen hab ich mir immer dein Content angeschaut. Danke. Und dann hab ich gesagt, würdest du sagen, also klar denkst du das, sonst würdest du es nicht machen, aber jetzt generell gesprochen, dass Leute wie du wichtig sind, damit die Jugend von heute und die Kinder auch weiterhin kunstinteressiert bleiben. Also ist das so, leben wir dann in unserer eigenen Bubble oder stimmt das schon so, dass man sagt, die heranwachsende Generation, die interessieren sich immer weniger für Kunst. Also das ist eine, 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 jetzt find ich das Wort nicht, es ist eine Tätigkeit, die der heutigen Generation nicht mehr so geläufig ist. Es interessiert die nicht. Es ist so, dass man das eventuell aussterben könnte. Es ist was für alte Leute. Aussterben nicht, es ist ein bisschen vergleichbar wie mit Büchern. Immer weniger Leute lesen Bücher. Aber Kunst hat halt die Macht des Bildes. Der visuelle Eindruck ist sehr, sehr stark. Und Plattformen wie Instagram fördern das halt ein bisschen. Aber sowas geht halt schnell unter. Ein großartiger Künstler geht schnell auf solchen Plattformen unter. Ich hab das alles nicht gemacht, weil ich die Absicht hatte, junge Leute irgendwie zu begeistern. Ich hab das mehr aus einem, wenn man so sagen kann, aus einem egoistischen Antrieb gemacht, weil ich Freude daran habe, darüber zu erzählen und Geschichten zu teilen. Und es ist genauer gesagt auch das Einzige, was ich so kann. Und ich dachte, wenn ich irgendwas machen soll, etwas, was ich kann halt. Und das war alles ein Beiprodukt. Das war die Kirsche auf der Torte, dass Leute das gefeiert haben und Gefallen daran fanden. Ich hab nicht damit gerechnet. Ja, du bist ja auf TikTok, deine Reichweite wird ja auch immer größer. Und die ist ja auch internationaler wahrscheinlich. Weil die Bilder sprechen ja keine, du hast ja keine Abgrenzung. Es ist ja nicht nur Deutschland. Ja. Die Leute interessieren sich ja auch im Ausland für sowas. Ja. Ich hatte überlegt, mein Content vielleicht auf Englisch zu switchen, um mehr Leute zu erreichen. 100 Prozent. Das klappt immer. Ja, macht schon Sinn. Aber ich mag die deutsche Sprache, ehrlich gesagt. Und das ist so eine kleine Hürde, auf die ich irgendwie keine Lust habe. Okay, dann machst du einen zweiten Account. Ja, ich hab tatsächlich einen zweiten Account, wo ich über Bücher und sowas rede nur. Aber mal schauen. Okay, jetzt nochmal zur Frage, weil ich bin mit meiner Geschichte abgedriftet. Nochmal zu diesem Erhalt von diesen prominenten Gemälden. Wie kann das so 300, 400 Jahre da sein? Ja. Ich finde meinen Schlüssel seit drei Tagen nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Nisa hat vorhin dieses Bild von Da Vinci angesprochen, dieses letzte Abendmahl. Ja. Auch ein hammergeiles Bild. Das zeigt ja halt die Jünger, die gerade verkünden, dass einer, also Jesus sagt denen gerade, einer von euch wird mich verraten. Eine kleine Side-Story dazu. Da Vinci war schon fast fertig mit diesem Bild. Er hat das in Mailand gemalt. Aber das Bild von Judas fehlte, also der, der Jesus verraten wird. Es fehlte und der Auftraggeber fragte, warum hast du Judas Gesicht noch nicht gemalt? Und Da Vinci sagte, ja, ich möchte noch in den Straßen vor Mailand ein bisschen spazieren. Ich suche nach einem hässlichen Gesicht für den Verräter und ich möchte Leute sehen und mir was Gutes überlegen. So. Dieses Bild ist nicht gut erhalten und es wird sehr, sehr bald zerstört sein. Weil Da Vinci da mit Farben experimentiert hat, die einfach minderwertig und schlecht waren einfach. Er hat da Tempera-Eiweiß mit Öl und sowas vermischt, das passt alles nicht und ist eine sehr, sehr schlechte Farbqualität. Auch bei der Mona Lisa ist die Farbqualität sehr, sehr schlecht. Und wenn ihr das letzte Abend mal sehen wollt, schaut es euch an, weil so lange wird es das nicht mehr geben. Kann man aber nicht mit der Technologie von heute irgendwie bestimmte CO2- und Luftmischungen in so einen Kasten machen? Und das so ersetzen. Wie so eine Zellersetzung. Schwer, sehr, sehr schwer. Es droht halt immer die Gefahr, dass man das Originalbild verunstaltet und was anderes macht. Bei der Mona Lisa zum Beispiel auch, ich bin sicher, ich habe Bilder von der Mona Lisa gesehen, Nahaufnahmen, wo man sieht, dass es langsam so zerbröckelt so ein bisschen. Die Mona Lisa ist verhältnisweise noch ein bisschen gut besser erhalten. Aber selbst bei der Mona Lisa möchte man keine Restauration machen, weil Chemikalien dort zum Einsatz kommen. Und diese Chemikalien könnten das Bild etwas verschönern, die Farben etwas heller machen. Aber sie könnten auch Millimeter im Lächeln der Mona Lisa verändern und das Ganze nicht mehr zu der Mona Lisa machen, die wir kennen. Und deswegen lässt man das. Weil Da Vinci halt schlechte Farben benutzt hat. Bei vielen anderen Bildern kann man das aber schon Restaurationen machen, wo die Farbqualität besser ist. Ölfarbe ist sehr, sehr zeitbeständig. Sowas hält locker 500 Jahre. Nur mal zum Verständnis. Mona Lisa ist in Paris, im Louvre. Genau. Dann das letzte Abendmahl ist wo? In Mailand. In Mailand. Wo ist die Sixtische Kammer? In Rom? Im Vatikan, ja. Im Vatikan. Da drin, das ist oben, ne? Genau. In der Decke. Genau. Kann man da hin? Ja. Ich sag euch eins. Warst du schon da? Ja. Ich hab alle großen Museen in Europa schon gesehen. Und ich sag euch eins. Ein Mensch muss in seinem Leben einmal im Vatikan sein. Egal, ob man sich einen Scheißdreck für Kunst interessiert. Man muss einmal diese Decke sehen, um zu verstehen, was ein Mensch in seinem Leben alles erreichen kann. Aber wie hat er das gemacht? In der Zeit? Wie hat er das gemacht? Das war eine sehr, sehr unkonventionelle Technik für Michelangelo. Er hat davor mal Bilder auf Leinwand gemalt, aber dieses Bild hat er nicht auf Leinwand gemalt, denn auf der Decke ist offensichtlich keine Leinwand. Und es ist ja auch gebogen. Wie genau? Und es ist hoch. Wie hat er das? Ich frag mich das schon. Deswegen, Leute, es ist eine kranke künstlerische Herausforderung. Also zunächst einmal, um das chronologisch anzugehen, er hat ein Gerüst aufgebaut, auf dem er steht und er hat im Stehen mit einem gebogenen Nacken so gemalt. Boah. So. Und er ist auch einmal von diesem Gerüst runtergefallen. Mir ist nichts passiert zum Glück, aber kritisch, ne? Ja. So. Wie malt man ein Bild auf einer Decke? Welche Farben benutzt man? Man muss es mit der Fresco-Technik machen. Das ist eine Technik, wo man die Farbpigmente direkt in den Putz mischt und dann aufträgt. Und was du aufträgst, bleibt dort. Das heißt, kein Raum für Fehler. Was? Ja. Der musste so, alles musste immer sitzen? Alles muss sitzen, keine Fehler. Das ist nicht dein Ernst? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Man kann nicht mal eine Maschine. Ja, das ist das Ding. Und der Typ hat das nicht in zehn Jahren gemacht. Zehn Jahren wäre eine gute Zeit dafür. Er hat das in vier Jahren gemacht, Leute. Ich bin von vorn fasziniert, wenn er das so erzählt. Wir haben das Bad gestern neu gemacht, vorgestern. Allein in den Fließen, was wir so dann beklebt haben, da sind überall 35 Fehler. Ja, es ist krank. Warte mal, ich muss nochmal, das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Er ist auf dem Gerüst, zu der Zeit, wo die Sicherheit zu sehr zu wünschen, also da ist, und er musste selber, das heißt, er hat nicht mal eine entspannte Position, so wie wenn ich jetzt so bin, dann kann ich sagen, ja, ich kann hier so zwölf Stunden so bleiben, sondern so. Im Stehen, mit gekrümmten Nacken nach oben zu decken. Genau, und er hat eine Technik benutzt, wo die Farbe direkt in den Putz reingeht, das heißt, er kann nicht mal so, es gibt keinen Raum für Fehler. Und keiner hat ihm geholfen? Ich glaube, er hatte ein paar Assistenten, die größere Flächen vielleicht ausgefüllt haben, aber das war wirklich vielleicht nicht mal fünf Prozent von der Arbeit, also er hat das meiste selber gemacht. Das ist, aber das ist, guck mal, man redet oft von Genie, aber das ist wirklich Genialität. Und er konnte ja auch nicht in der Zeit was projizieren, dass er einfach so abmalt. Du bist der Beste. Das macht's ja noch krass. Wie hat er diesen Weitwinkelblick gehabt? Alter Leute, hört bloß auf, das ist, das übersteigt eure Vorstellungskraft, was der Mann möglich gemacht hat. Ja, aber der ist ja ein Mensch. Ja, hört zu Leute, passt auf, in der Sixtinischen Decke gibt es ja auch Wölbungen. Ja, das hat er ja gesagt. Ja, so. Eine dieser Wölbungen geht nach innen und auf dieser Wölbung, die nach innen geht, hat Michelangelo eine Figur gemalt, den heiligen Jonas. Und diese Figur geht nicht nach innen, also entsprechend der Form, die richtet sich nicht nach der Form, sondern ins Gegenteil. Obwohl diese, obwohl diese Decke nach innen geneigt ist, ist die Figur, die darauf gemalt ist, nach hinten gelehnt. Es sieht aus, als ob man sie von unten anguckt. Da gehen solche Gedankenprozesse im Künstler vor, wie viel Kapazität muss man haben, um sich das alles auszumalen. Und wie konnte er das von da sehen, dass er weiß, wenn einer das von ganz unten guckt, dass das gut aussieht? Das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Das ist ja das Krasseste, was es gibt. Ich glaube, das haben wie Pyramiden so Aliens gemacht. Es ist wirklich so. Das ist der Grund, warum Leute so an Aliens dann glauben, weil das ja gar nicht geht. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, er war davor halt vorwiegend Bildhauer. Er hat sich als Bildhauer immer bewiesen, aber als Maler hat man ihn noch nicht ganz so ernst genommen. Ja, und das war sein, der Wargame, das war sein Home Run. Hör zu, Bro, hör zu. Man hat ihn nicht ernst genommen. Dann war halt einfach das krass. Wie, warte, nochmal, wie breit und wie lang ist das nochmal? Um die 13 Meter lang ist das oder 14 Meter. In die? Ja. Und so? Ich glaube, um die 6 Meter. Aber wie geht? Ich verstehe nicht, wie er das gemacht hat. Ja. Wir schaffen nicht mal 30 Minuten in der Podcast-Folge ohne Probleme zu bringen. Das kommt davon, dass er, wie sagt man, wie ein Mönch gelebt hat. Er hat nicht gefögelt, er hat gar nichts gemacht, er hat nur seine Kunst gemacht und noch eine kleine Sache, um das zu Ende zu führen. Ah, es wird also doch krasser. Nein, nein, aber um das abzurücken. Vorher, wie gesagt, als Bildhauer war er bekannt. Danach hat man ihn nicht mehr Michelangelo genannt, nach der Sixtinischen Decke. Man hat ihn den göttlichen Michelangelo genannt. Il Divino, hat man zu ihm gesagt. Der göttliche. Divino, divine wahrscheinlich. Heilig. Überlegt euch mal, es ist schon eine Ehre, als Künstler mit Vornamen angesprochen zu werden. Man sagt ja mal Picasso, der ist ja Pablo, keiner hat Pablo zu ihm gesagt. Es ist eine Ehre, mit Vornamen angesprochen zu werden, aber er setzt noch einen drauf, er wird der göttliche genannt. Ist das vom Kunst her, vom künstlerischen Aspekt und wenn man die ganzen Umstände bedenkt, das Krasseste, was ein Künstler so je geschaffen hat, ohne Vergleiche ziehen zu wollen, weil man kann das ja nicht, ist ja keine Mathematik. Ich sage dir die Wahrheit, es ist nicht das Krasseste, was ein Künstler gemacht hat, es ist das Krasseste, eine der krassesten Sachen, die ein Mensch jemals vollbracht hat. Ich bin mit dir. So wie die chinesische Mauer. Sowas wie die chinesische Mauer. Aber, also guck mal, du hast uns jetzt so heiß gemacht, ich weiß nicht, ob er dabei ist, aber ich will wirklich sowieso schon mal nach Rom und dann auch in den Vatikan, ich will mir das gerne mal alles angucken. Unbedingt. Aber wie ist da so der Touristenauflauf? Es ist krank. Es ist da, dass man acht Stunden wartet, dass man so drei Minuten gucken kann. Guck mal, also wenn ihr da drin seid, es sind erstmal viele Touristen und mich hat das so aufgeregt, Leute, wenn ihr da reingeht, ist da erstmal so ein Schild, wo steht, achten Sie auf Ihre Kleidung, das ist ein heiliger Ort. Und das verstehe ich absolut, für mich ist das ein heiliger Ort, Leute. Und ich gehe da rein, ich sehe da Leute, die sind da in Jogginghose einfach. Ich denke, Bruder, nee, die sieht gut aus, man. Ich meine nur, wenn man da hingeht, man sollte schon Spider-Man-Shirt. Ja, man sollte da entspannt hingehen, nicht entspannt hingehen, aber so, wie auf einer Hochzeit, aber so respektvoll. So, und da sind immer Ansager, die sagen, leise, nicht reden. Silenzio, sagen die, alle zehn Minuten. Und man darf keine Fotos dort machen. Aber ich habe heimlich, trotzdem ein Foto gemacht. Ja, jetzt darfst du aber nie wieder rein. Das muss keiner wissen. Das hat tatsächlich eine Freundin von mir gemacht. Ich habe das dann zuschaut. Aber keine Fotos machen? Nein, leider nicht. Aber es würden wahrscheinlich viele einfach heimlich machen. Das ist ja klar, damit rechnen die aber auch wahrscheinlich. Aber solange es so immer heimlich gemacht wird und nicht so. Ja, ich will noch eine Sache sagen, um das zum Abschluss zu bringen. Er war 35, als er das gemacht hat. 35, das ist kein Alter für einen Künstler. Das ist sehr, sehr jung. Das ist einfach passiert. Also, viele, wahrscheinlich die Lebenserfahrung, spielt dann auch so eine große Rolle. Bruder, wenn du da das Geschehen malst, was in der Bibel stattfindet, ein monumentales Sujet, ein monumentales Motiv, dann musst du ein gestandener Mann sein, der was im Leben gesehen hat. Und er hat das trotz mangelnder Erfahrung auf die Reihe bekommen. Okay, aber hat da Vinci danach gesagt, okay, ich bin am Arsch? Ja, was da Vinci dazu gesagt hat, weiß man nicht so ganz, aber er hat safe so Krisenberatung gemacht. Ja. Das ist wahrscheinlich mit so einer Pulle Wein, die Kante gegeben und hat Vibris geschoben. Ja, 100 Prozent. Das war sein Jarul-Moment, der Suman das 50. Ich bin weg vom Fenster. Ich kann euch einen Tipp geben. Wenn ihr tatsächlich im Vatikan seid, schreibt mir vorher, wenn ihr dort hingeht. Ich sage euch die krassesten Spots, wo ihr hingeht. Direkt neben dem Vatikan ist halt der Petersdom und dort gibt es eine Statue von Michelangelo, die Pieta heißt das. Das ist die schönste Statue der Welt. Die hat er mit 24 gemeißelt. Ich glaube, ich habe die gesehen bei, wie ist der Film mit Tom Hanks? Weiß ich nicht. Der Da Vinci Code. Da Vinci Code, ja. Nee, nee, ich glaube nicht, dass da die Pieta vorkommt. Nicht? Nee. Weil die suchen ja so, und das sind ja auch im Petersdom wegen der Statue. Ja, oder das kann sein. Ich habe den Film nicht mehr ganz im Kopf. Ich dachte, es ging dort mehr um Da Vinci's Bilder. Aber ja, die Pieta, das hat er mit 24 gemeißelt und da kommt, Leute, bevor er das Ding gemeißelt hat, er musste einen Vertrag unterschreiben, wo drinne stand, ich, Michelangelo, werde eine Statue meißeln, wie es sie nie zuvor gegeben hat und wie es sie niemals wieder geben wird. Das ist also etwas, was man gar nicht, so einen Vertrag muss es geben, muss da aufgesetzt werden. Was mich auch fasziniert bei diesen Meißeln ist, wie, also 3D und wie detailreich und die, wie detailgetreue, das sind ja richtige Muskeln, die haben so geile Bauchmuskeln, die haben so einen geilen Latt, die sind so, wie kannst du, wie hast du so einen Blickwinkel, dass du das meinst und dass das so sauber aussieht, das ist doch komplett verrückt. Es ist auch verrückt. Also Michelangelo selbst hat immer gesagt, ich sehe in dem Block Marmor einen Engel und ich meißle ihn einfach aus. Weil heute würde man das mit Lasertechnik machen und man sagt, ey, der sieht so, aber die, der hatte ja so gemeißelt, dass die aussahen wie so bei einer Bodybuilding-Competition, die Leute. Ja, er war fasziniert von starken Körpern. Jeder. Lisa so, dass ich so einen Block sieht, man gibt den Haar und meißeln, der Erste wird ja sich den Daumen abmeißeln und verletzt, das da hinschmeißt. Ey, das ist echt faszinierend. In diese Museen, wenn man da hingeht, man will sich die Mona Lisa anschauen oder so, sind die, ist das dann so, dass das dann wirklich in so einem, also dass das so beschützt ist wie so Fort Knox. Na, es geht so. Es ist weniger beschützt, als man glaubt. Die haben Sicherheitsglas natürlich, aber theoretisch, wenn man da Scheiße bauen will, kann man da schon Scheiße bauen und deswegen appellieren die Leute halt mehr an den Respekt der Leute. Ich feiere, ihr habt safe diese Aktion gesehen, wo Leute irgendwelche Farben an diese Wände klatschen. Ja, für die Klimawandel. Das hat mich so abgefuckt, Mann. Ja, sagt auch gerne was, oder? Ja. Ja. Respektlos. Auf der Kunst und den Menschen gegenüber. Die Leute gehen da rein, gucken sie es an. Klar. Es ist, man spuckt halt nicht nur dem Künstler ins Gesicht, sondern der ganzen italienischen Kultur und welche Bilder da auch noch sind. Das ist unterste Schubel. Aber ist das so wichtig wie die CO2-Emotion? Nee, Mann, natürlich nicht, Mann. Also, das wollte ich wissen. Ja, das ist, also, aber hat ein Mensch so ein Skill, sowas heute doch zu machen? Nein, ne? So eine Decke, das wird es nicht mehr geben. Es gibt safe Künstler, die das nachmachen können. Aber nachmachen ist ja nicht Sinn der Sache. Gibt es einen Menschen, der so innovativ sein wird, jemals wieder? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Das hat auch Andy Warhol gesagt, ein modernerer Künstler, der in den 50er Jahren gelebt hat. Wow, ich stehe nur bei den nächsten. Wow. Ja. Also, er hat auch gesagt, das hat abgenommen. Okay, halten wir mal fest für unsere Zuhörer und Zuschauer. Warum müsste man die Mona Lisa gesehen haben? Muss man nicht, bin ich ehrlich. Mona Lisa muss man nicht gesehen haben. Warum? Warum? Es sind eine Million Filme, wird die gezeigt. Ja und? Es gibt einen Song von Chris Brown. Ja. Ja okay, der ist... Ich feiere Chris Browns Musik, aber... Ich nicht. Nee? Du musst ihn mal... Ich empfehle dir nachher ein paar Sachen. Dings. Die Mona Lisa ist schön, aber sie hat halt viel von ihrem Glanz verloren. Die Mona Lisa, wie wir sie heute sehen, ist nicht mehr dasselbe Bild, was es war. Die Farbe ist ausgebleicht. Direkt gegenüber hängt ein schönes Bild von Raphael. Toll. Auch direkt von der Mona Lisa übrigens inspiriert. Auch direkt gegenüber hängt ein Bild von Tizian. Auch direkt gegenüber hängt ein anderes Bild von Da Vinci, der heilige Johannes. Alles gegenüber. Alles Bilder, die durchaus konkurrenzwürdig sind und die ich teilweise auch aufregender finde. Warum schaut man sich das nicht an? Mona Lisa kann man sehen für die Cloud und so eine Kacke, aber das hat mich nicht so fasziniert. Okay, das heißt, du würdest empfehlen mal ins Louvre zu gehen? Safe Louvre muss man gehen. Okay, dann Mailand ins Vatikan? Nee, im Vatikan muss man sein. Mailand ist nicht so unbedingt. In Mailand gibt es auch tolle Museen und so weiter. Muss man nicht. Also nur im Vatikan? Vatikan. Louvre, was könntest du noch empfehlen? Auch, Alter, wenn ihr in Frankreich, in Paris seid, ihr könnt erst mal drei der vielleicht krankesten Museen der Welt abklappern. Einmal Louvre natürlich, dann das Picasso-Museum, dann das Musée d'Orsay, da hängt etwas modernere Kunst ab dem 18. und 19. Jahrhundert und ins Museum für moderne Kunst. Da hängen Matisse und die ganzen anderen kranken Leute. Dieser Picasso? Ja. Was ging mit dem eigentlich? Wo war der am Start? Ich mag Picasso, aber der war schon ein Schnacker und der hat auch so ein paar Leichen im Keller, Leute. Wisst ihr, wie der Ladies angesprochen hat? Ja. Er hat einmal gesagt, er hat eine schöne Lady gesehen, die er auch oft gemalt hat, er hat gesagt, sie sind wunderschön, ich möchte sie malen, ich bin Picasso. Und dann hat er sie gemalt und auch andere Sachen mit der gemacht. Er ist doch richtig Gangster, das ist doch steilig. Ja, aber weißt du, das Mädchen war 17 halt, das ist auch nicht so cool. Ja, R. Kelly-Fan wahrscheinlich, Picasso. Ja, ja. Aber ich mag ihn, ich mag ihn sehr. Aber der war kein Italiener, ne? Er war Spanier. Ja, Spanier, Pablo. War das eine andere Zeit? Es gibt ja so Epochen in der Kunst. Picasso gehört in die klassische Moderne. Das ist, so erneint man die Epoche, wo er gelebt hat. Okay, und da war er so der G. Ja, er war der, also, so wie wenn Kanye ein Album droppt, alle sind erstmal leise, wenn Picasso ein Bild gemacht hat, waren auch erstmal alle leises. Was kann man sagen jetzt, keine genauen Zahlen, aber was zur Zeit das teuerste Bild, kann man das sagen? Ja, man kann das ganz genau sagen. Es ist Salvador Mundi von Mundi ist wie in Hessen, wenn einer Mundgeruch hat. Oder nicht? Das ist wirklich so, ey, das ist voll Mundi. Alter, ja, zum Glück war das nicht ganz so. Salvador Mundi heißt der Erlöser der Welt, also, ein Bild von Jesus ist es. Kein Respekt von niemandem. Ich mag sowas, ich feiere das. Siehst du, ein Künstler, der feiert mich. Ich sag euch eins, wenn man Kunst verstehen will, Schritt Nummer eins, man darf es nicht zu ernst nehmen. Jedenfalls Salvador Mundi, es wird Da Vinci zugeschrieben, aber man weiß nicht, ob es Da Vinci gemalt hat. Und trotzdem, es ist das teuerste Bild, was jemals verkauft worden ist. Es kostet, was schätzt ihr, was es kostet? 15 Millionen. 15? Nee. Ich habe letztes Mal gehört, dass ein Saudi-Scheich irgendwie für ein Bild 120 Millionen ausgegeben hat. 120? Ich glaube, das müsste dann so wahrscheinlich so bei 300 liegen. Es liegt bei fast eine halbe Milliarde, also 450 Millionen Euro. Was? Ja. Mal uns, dann machen wir auch so pute. Und wie gesagt, es ist nicht bestätigt, ob es von Da Vinci ist. Man glaubt, dass es von ihm ist. Der Stil sieht ihm sehr, sehr ähnlich, man weiß es aber nicht, ob es von ihm ist. Kennst du Ghostbusters 2? Nein. Okay. Ich kenne nur Bill Murray, den feiere ich. Okay. Kannst du auch so ein Gemälde von uns malen wie Mona Lisa und dann stellen wir das in ein Museum und das wird dann richtig viel wert sein? Safe, safe, kriegen wir hin. Ja, oder nicht? Warum lachst du? Warum glaubst du nicht mal an dich selber? Weil wir sehr hässlich sind. Ja, aber dass wir hässlich sind, ist doch das Besondere. Ey, Picasso hat auch hässliche Frauen gemalt. Er hat ja ein bisschen idealisiert. Dürfen hässliche nicht gemalt werden? Was ist das für eine... Ey, ich male manchmal absichtlich hässliche Leute, weil ich das feiere. Hässliche Leute, kennt ihr das? Ich feiere Leute, die irgendwie große Nasen und hässliche Nasen haben. Ich feiere das. Oder bin ich da der Einzige? Nein, nein. Ja. Das Bild kostet 450 Millionen. Ja. Und wer hat das gekauft? Ein Araber. Die haben nichts zu tun, Alter. Das hängt in Abu Dhabi, wenn ich mich nicht täusche. Die haben echt nichts zu tun. 400... Und jetzt stell dir mal vor. In zwei Jahren kommt raus durch ein Buch, was in so einem Keller in Florenz gefunden wird. Das ist nicht von Davici gemalt. Dann hat er die Arschkarte gezogen, natürlich. Dann ist das Geld auch nichts mehr wert, ne? Nee. Das Bild ist wunderschön. Ich liebe es. Schaut es euch an. Es ist wunderschön. Wie heißt es? Salvador Mundi. Salvador Mundi. Wie hat dieses Schreibild gemalt? Edward Munch. Ist das auch ein... Das ist ja auch ein sehr berühmtes Bild, ne? Ja, ja. Ich liebe das Bild. Das ist ein schönes Bild. Edward Munch? Ja. Aus Norwegen kommt er. Aus Norwegen, okay. Von wann ist das Bild? Auch Picasso und er haben zur selben Zeit ungefähr gelebt. Also Anfang 20. Jahrhundert. Krass. Das heißt, es gab immer so mehrere brutale Künstler, die zugleichen... Ja, da merkt man, die Competition, dann wirst du besser, dann wächst du bei dir hinaus. 445 Millionen. Ja, das ist so komplett... Das können auch meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Unkel ausgeben, das Geld. Wenn, worüber wir uns ja mal lustig gemacht haben, das ist jetzt die Frage der Fragen. Die Frage der Fragen. Ich bin so gespannt, Leute. Ja, also. Es ist ja so, wir machen uns oft darüber lustig, über diese Leute, die wirklich mit so einem Hut und dann so, der Mann hat so ein... Monockel. Ja. Annie Iwoki hier auf dem Auge und so eine Uhr, dann laufen die so durchs Museum, dann gucken die sich so ein Bild an und sagen, ja, hier merkt man... Aber erst mal so eine halbe Stunde nichts sagen. Ja, und dann sagen die, hier merkt man, er wollte... Obwohl auf dem Bild sein Hase. Und dann sagen die, hier merkt man, er versucht die Scheidung seiner Eltern zu verarbeiten. Er war aggressiv. Ja, durch... Und er war auch in der Zeit ein Trinker. Ja, genau. Was ist das? Er war ein Trinker. Ja, ja. Und man konnte auch rauslesen, dass er aggressiv war. Ja. Er hat auch die Marktschreier dann angeschrien durch dieses eine Bild. Woher kommt das? Und ist das Quark? Oder ist das, was ich so ein bisschen ähnlicher jetzt oder eher denke, weil du das vorhin gesagt hast, dass diese Kunstliebhaber so wie du sich mit der Biografie beschäftigen und dann das in dem Bild erkennen? Sehr guter Punkt, den du ansprichst. Also es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man die Biografie des Künstlers kennt. Aber ich bin fest der Meinung, ein Bild muss auch sprechen, wenn man den Künstler nicht kennt. So. Das ist Punkt Nummer eins. Ein Bild muss für sich sprechen. Du musst das bisher erklären, nachher hält er sein Ohr und sagt, er sagt doch gar nichts. Was soll die Sachen vor? Ich geh das Bild. Ich hör da nichts. Was hast du mir erzählt? Man muss so ein Wahnsinniger sein, man muss Stimmen hören. Nee, man muss keine Stimmen hören, aber man muss ein bisschen empfänglich sein dafür. Also je mehr Bilder man sich anschaut, je mehr Bilder man sich konzentriert anschaut, desto leichter zugänglich sind Bilder für einen. So. Aber, was du sagst, es ist, du sprichst schon ein Klischee an, das aber wahr ist. Viele dieser Leute tun auf Pseudo-Intellektuell und reden sich ein, Sachen zu sehen, die nicht existieren. Ja. Das ist die größte Verarschung überhaupt. Und ich sag dir, ich will das nicht komplett... Ja, ja, warte, pass auf. Ja, ja, warte. Ich will nicht abstreiten oder ich überlege, wie ich das aufziehe, damit das vernünftig ist. Passt auf. Viele Bilder sprechen zu einem wirklich. Man sieht was. Viele Bilder müssen sich einem erst erschließen und das erschließt sich erst ein, wenn man länger drauf guckt. Es lohnt sich, lange auf gute Bilder zu gucken. Gute Bilder, Leute. Woher soll ein Anfänger wissen, was ein gutes Bild ist und ein schlechtes Bild? Das ist schwer. Aber wenn man sich das anguckt und einen Scheißdreck da drin sieht, dann, was soll man da noch philosophieren? Guck mal, Picasso zum Beispiel, über den wir eben geredet haben, er war jemand, der hat halb abstrakt gemalt. So. Und Picasso war zu Lebzeiten, das wissen viele nicht, der war schon zu Lebzeiten Milliardär, Leute, Milliardär. In der Zeit. Ja, ja, der hat drei Schlösser besessen. So. So. Und Picasso sagt von sich selber, es gab eine Zeit, als nur die besten Künstler sein konnten, zum Beispiel die Zeit von Michelangelo, Goya, Rembrandt und Rubens und so weiter, wo nur die besten Künstler sein konnten. Man musste gewisse handwerkliche Fähigkeiten mit sich bringen und Kunst diente ausschließlich zum Broterwerb. Zur Picassos-Zeit, Anfang 20. Jahrhundert, also ein paar hundert Jahre später, konnte jeder Künstler sein, weil Farbe für jeden zugänglich war. Es war nicht allzu teuer. Und man konnte einfach sich späß erlauben. Und man konnte malen, worauf man gerade Lust hat. Es gab diese Aufträge nicht. Du musstest nicht die Heilige Band oder malen. Du musstest nicht Jesus malen. Du konntest malen, was du wolltest. Also wie Deutschrap heutzutage. Früher musste man Skills haben, heute macht's jeder. Ja, ja, ja. Fühlig. So. Jeder konnte quasi Künstler sein. Und das heißt, Künstler haben auch abstruse Sachen gemalt. Dinge, die einfach ihrer Laune entsprungen sind. Und man musste nicht unbedingt auch krasse Skills haben. Und Picasso sagte von sich selber, ich bin nur berühmt geworden, weil ich mir Scherze mit den Kritikern erlaube. Ich habe ab und zu Scherze meine Bilder gemalt. Und je weniger die Kritiker davon verstanden haben, desto mehr glaubten sie, in meinen Bildern zu sehen. Desto mehr glaubten sie, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen können. Desto mehr dachten sie, ich bin ein Intellektueller, der geheime Botschaften versucht zu vermitteln. Und nachts, wenn ich mit mir alleine war, sagte Picasso dann, wusste ich, ich kann mir nicht einreden, dass ich ein großer Maler bin, wie ein Rembrandt oder ein Goya oder ein Tizian. Ich bin nur jemand, der seine Scherze mit den Kritikern treibt. Und dadurch konnte ich mich berühmt machen. Und ich denke, das beantwortet ungefähr eure Frage. Ja. Dass er damit gespielt hat, dass Leute so starke Sachen reininterpretieren. Natürlich. Und diese Entwicklung, dass jeder zum Beispiel Künstler sein konnte und alles an den Mann bringen konnte, wenn man ein guter Marketing-Experte war, das Ganze wurde nochmal dadurch beflügelt, jetzt kommt es, Leute, eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, dass gegenstandslose Malerei erfunden wurde. Also das, was ihr unter abstrakt versteht, wenn man da keine Bilder erkennt, keine Figuren erkennt, sondern Farbe, genau, Farbe, expressive Farbe und dies und das. Dadurch wurde das Ganze nochmal beflügelt, weil wenn du da so einen Flecken Farbe siehst, verstehst du ja noch weniger davon, als wenn du da so eine Figurenkonstellation siehst oder eine Mutter, die ihr Kind hält oder sowas. Und dadurch konnte nochmal jeder, Hans und Franz, behaupten, ich bin Künstler, ich habe hier meine Drogenexzesse verarbeitet, meine Mama ist mit ihrem Typen da weggelaufen und hat mich alleingelassen. Und man kann alles Mögliche reininterpretieren. Und auch Matisse, einer der krankesten Künstler, der übrigens für mich auch besser als Picasso war, der größte Konkurrent von Picasso, die zwei haben sich gegenseitig inspiriert. Und auch Matisse hat vor dieser Entwicklung gewarnt. Er meinte, gegenstandslose Malerei ist ungreifbar und nicht richtig auszuwerten. Ja, das heißt, es wird damals die Sixtinische Kapelle gemalt, es wurde Mona Lisa gemalt, das letzte Abendmahl und einfach so gefühlt 2000 Jahre später klebt heute jemand eine Banane einfach auf die Wand mit so einem Klebeband und sagt, das ist Kunst. Ja. Und es wird für eine Million verkauft. Ja, ich sag's dir eigentlich. Also er hat's gewarnt, ihr macht unser Kunst... Echt, das ist echt lieber Rap kaputt? Ja, also Matisse hat auch im 20. Jahrhundert gelebt, das heißt, so lange ist diese Warnung nicht her. Ah, okay. Das ist 100 Jahre ungefähr her, dass das gewarnt worden ist. Aber der Punkt ist halt, solche Bilder, die du meinst, diese Bananen, die auf die Wände aufgeklebt sind, diese Bilder leben nicht mehr von dem handwerklichen Können, sondern von der Idee. Das heißt, hier soll eine Idee verdeutlicht werden. Ich persönlich bin der Meinung, viele werden mir widersprechen, ich persönlich bin der Meinung, die Verpackung sollte das Produkt nicht ersetzen und die Idee sollte die handwerklichen Fähigkeiten des Künstlers nicht ersetzen. Ein Künstler muss immer noch was können, der muss die Technik beherrschen. Ein Kunstwerk ist dann ein Kunstwerk, wenn der Künstler für das Motiv die richtige Technik benutzt und das richtige Gefühl transportiert, das dem Sujet, dem Motiv angemessen ist. Und Da Vinci's Bilder sind Exemplare dafür, deswegen ist der hohe Preis angemessen, wenn das Ding eine Milliarde kostet. Es gibt, also man schätzt den Wert der Mona Lisa auf 800 Millionen bis eine Milliarde zum Beispiel. Das ist auch ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Irgendwo hat er schon seinen Grund. Und ja, dieser Kunstfälscher übrigens, Wolfgang Beltracchi, der hat ja auf all diese Leute geschissen. Er hat ja alle Hops genommen, diese Kunstkritiker, und gesagt, ihr Vollidioten, ihr bezahlt für ein Bild, das es nicht geben kann. Ihr seht da Dinge. Er hat da den Krieg gemalt, aber der Typ hat ja den Krieg nie erlebt. Ihr seht da den Krieg, obwohl ich den Scheiß nie erlebt habe. Er hat die alle auf Glatteis laufen lassen und er hat gesagt, diese hohen Preise mögen die Preise sein des Ganzen, aber nicht der Wert. Und das ist halt ganz oft intellektuelles Geschwafel, Leute, muss ich euch ehrlich sagen. Ja, genau so, wie ich mir gedacht habe. Das ist genau so. Deswegen, nicht alle, aber auch so Leute, die so Reactions machen und so, ich kann das nicht so ernst nehmen, weil die nichts dafür tun. Jemand anderes geht hin, macht Produktion, nimmt sich die Zeit, investiert Geld, Ideen, hat eine Redaktion, macht, tut, baut auf ein Studio, laden Millionen von Menschen ein zum Beispiel und dann kommt einer, macht einfach Klick, reactet, sagt zehn Sachen dazu und lädt hoch und will Geld damit verdienen. Ja. So, kann ich auch nicht ernst nehmen. Ja. Weil es ist ja kein Mehrwert. Wenn jemand daraus, also nicht falsch verstehen, wenn jemand daraus eine neue Show macht und er ist clever, informativ, er hat geile Witze, dann ist das geil. Dann ist es wieder ein Mehrwert und das ist wieder künstlerisch. Weil der Typ geil ist. Genau. Weil das ein Skill ist. Klar. Das ist ein Skill und dann, das ist genauso, wenn jemand zum Beispiel, wie hieß damals die Sendung? Von Sonja Kraus? Talk, talk, talk. Ja, das waren ja einfach nur Zusammenschnitte. Genau, genau, genau. Sie hat den nur dazwischen kurz moderiert. Genau. Ja, genau. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, wie Kalkulv. Kalkulv ist Matscheibe. Ja, das, der war King. So, und das ist der Unterschied. Der ist King. Da kann man nicht von Kunst reden. Es ist einfach nur, du nimmst einfach Content von anderen, versuchst darauf, wieder Geld zu machen. Ja. Weil du selber das nicht kannst oder so. Ja. Weil du ein Versager bist. Ja. Ja, also ich erzähl' euch von einem Künstler und einem Fall, der nicht lange her ist, nämlich Peter Deuk. Er ist einer der bestverdienenden Künstler heutzutage. Also seine Bilder sind unfassbar teuer, aber ich mag seine Bilder auch sehr, sehr gerne. Er hat einen halb abstrakten Stil. Das heißt, er war einer der Künstler, die diese krass gegenstandslose Kunst wieder in die halb abstrakte Richtung gebracht haben und man was Gegenständliches drin erkannt hat. Also er hat das wieder populär gemacht, salonfähig sozusagen. Und der Arme hat ein Bild an einer Galerie verkauft für 1500 Euro. Und wenige Monate später wurde dasselbe Bild für 3 Millionen Dollar verkauft. Und man fragt ihn, was glaubst du, woran das liegt? Liegt das an einem Talent oder was auch immer? Ich mag ihn wirklich. Er ist ein toller Künstler. Der ist auch Dozent in Düsseldorf, in einer Kunstakademie. Und er sagte, ich bin ehrlich, es liegt mir am Marketing. Und ja, das ist der springende Punkt. Ja, aber tut das einem weh, gerade so wie du die Kunst so sehr liebst? Ich bin ehrlich, mich juckt das nicht. Ich mache mein Ding. Ich liebe meine Bilder. Meine Bilder sind wie meine Kinder. Ich stecke da mein Leben, meine Leidenschaft rein. Wer daran gefallen findet, soll das lieben und schätzen. Und ich brauche eine Galerie nicht. Wie gesagt, auf den Social Media Kanälen sehen mehr Leute meine Bilder als in einer Galerie. Und da sind auch die Batzen. Und da sind auch die Batzen. Ich wollte jetzt fragen, Harald, wie kamst du überhaupt dazu? Als musst du dir irgendwo einen Impuls in deiner Kindheit gegeben haben, dass du sagst, ich will malen. Genauso wie wir sagen, ey, wir sehen, also jetzt in meiner Zeit war es nicht Ronaldo, da war es eher so Rivaldo oder der, sagen wir mal, Original-Ronaldo. Ich weiß, ich wusste es doch, ich habe mal seine Frisur als Haarschnitt. Ehrlich? Oder du siehst dann Kaka, Roberto Carlos, das war ja unsere Zeit. Dass du sagst, ich will Fußballer werden, wie kam das? Du hast, glaube ich, auch wahrscheinlich Fußball gespielt, wie jeder andere. Bisschen, ja. Bisschen, wie kommt man da drauf plötzlich für Kunst? Gerade in so einem jungen Alter findest du ja keinen, ich bin gestern spazieren gelaufen, habe Leute gesehen, die spielen Hockey. Einfach so, äh, Field-Hockey. Ja, Field-Hockey. So, da kommt ja auch nicht einfach drauf. Man muss ja irgendwie die Liebe dazu entwickeln. Ja, das ist sehr interessant. Ich glaube daran, das klingt jetzt so esoterisch und religiös und so eine Kacke, aber ich glaube, ich habe ein Geschenk vom lieben Gott bekommen. Ich habe im Kindergarten mit Lego und so weiter gespielt und ich habe gemerkt, ich kann aus diesen Dingern krasse Roboter und krasse Gebäude bauen und wenn ich einmal eine Sache gebaut habe, kann ich mir den Bauplan genau merken und das jederzeit wieder neu bauen. Ich muss lachen. Ich höre es dir, was ich noch vor zwei Wochen gemacht habe. Erzähl. Hier im Büro habe ich einfach so Sachen aufeinander gestapelt, um zu gucken, wann es gibt. Und dann habe ich es aber gelassen. Und das habe ich auch im Kindergarten gemacht. Das heißt, da hast du schon gemerkt, dass du ein Talent hast und wir waren es einfach so Esel, die so nichts gemacht haben daraus. Ja, Bro, so darfst du das nicht sagen. Ihr habt ja auch Talente, von denen andere träumen können. Ihr könnt Leute unterhalten. Das kann auch nicht sein. Zurzeit glaube ich nicht. Nein, ich feiere euch. Aber das kann sein. Vielleicht in drei Monaten. Ja, bin auch nicht wieder vergessen. Nein, ich feiere euch. Ihr habt alles richtig gemacht. Danke, danke. Irgendwann habe ich dann zu Hause weiter diese Legos gebaut und dann kam, was Schicksalachtes ist, ich habe Anime im Fernsehen gesehen. Ich habe Dragon Ball im Fernsehen gesehen und ich war halt fasziniert davon. Sie oder Z, Dragon Ball Z oder noch, wo so ein Gokko klein war? Auch Classic, Dragon Ball Classic habe ich damals geguckt. Das habe ich geliebt, Alter. Ja, ich könnte jetzt einen Podcast über Dragon Ball machen, so geil ist das, ne? Jedenfalls, ich habe diese Bewegungen gesehen, ich habe diesen Zeichenstil gesehen und das war was komplett Ungewohntes. Früher kannte man nur diese Cartoons, Mickey Mouse und so eine Kacke. Ey! Du weißt, was ich meine. Ich will nur sagen, dass es anders war. Ich mag Mickey Mouse gegen Mickey Mouse. Ja, das hat so mein Herz vernetzt. Ich habe mir verboten, das Territorium betrieben. Oh ja, Ich will nur sagen, es war ding. Das war erwachsene Menschen verteidigt sich selbst bei Mickey Mouse. Da wärst du den Intellekt komplett verloren. Du lachst, Mickey Mouse ist eine intellektuelle Leistung, so ein Ding auf die Reihe zu bringen. Ja, so eine Maus mit einer roten Hose. Ja, es war die erste Maus. Ja. Ich habe gemerkt, diese Animes unterscheiden sich davon und ich wollte diesen Zeichenstil beherrschen. und mein einziges Medium irgendwie Zugang dazu zu bekommen war halt das Fernsehen. Ich konnte nicht googeln, nix. Ja. Also habe ich Papier und Stift genommen und diese Figuren versucht abzuzeichnen in der Bewegung. Das war sehr, sehr schwer, weil die standen nicht einfach da. Ich musste gucken und malen, gucken und malen und daraus resultierte dann meine Liebe dafür. Ich habe Tag aus, Tag ein gezeichnet und irgendwann führte das dann zur klassischen Kunst. Man kann sagen, Anime hat mich zur klassischen Kunst geführt. So Geschichten so geil. Aber wie kommt das, dass du von Anime zeichnen? Also diese Brücke finde ich voll interessant, dass man sagt, ey, ich muss mich auch aber mit der, also diesen Respekt finde ich geil, weil das ist ja auch das, was zum Beispiel, wenn man Vergleiche zieht, so in dem Hip-Hop heute fehlt. Die dissen die ganzen alten Rapper, die beschäftigen sich gar nicht mit der Kultur, die beschäftigen sich gar nicht damit, wo das herkommt und ich finde das voll faszinierend, dass du durch Anime, Anime sogar, nicht mal Manga, also du sagst, du hast Anime geguckt, bevor du die Mangas gelesen hast und dass du dadurch, dass dadurch dann diese Entwicklung kam, sich mit Kunst zu beschäftigen, weil ich hier eben erzählt habe unten privat, war das für mich auch immer faszinierend, weil ich habe ja viele Comics gelesen und gesammelt früher und ich dachte immer, ja, das Comic zeichnen ist was anderes, das hat mit Kunst nichts zu tun und dann habe ich ja gesagt und dann liest du irgendein Interview von John Romita oder Jim Lee und dann sagen die, ja, mein Vorbild ist Leonardo da Vinci und dann habe ich mir immer gedacht, Alter, du zeichnest Spider-Man, was hast du mit Leonardo da Vinci zu tun und dann siehst du, dass die genau so, das heißt, man muss den Architekten studieren eigentlich, man muss. 100 Prozent, also viele machen das auch nicht, aber man merkt halt deutlich, wenn man sowas konsumiert, man merkt, wer hat sich mit der Geschichte auseinandergesetzt und wer nicht. Merkt man das? Ich finde, man merkt das, also Künstler, die sich mit klassischer Kunst auseinandersetzen, Manga-Künstler oder Comic-Künstler, man merkt direkt, der Typ hat so einen Background, den die anderen nicht haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt ein Anime und ein Manga, der heißt Jojo's Bizarre Adventure und der Künstler heißt Araki und seine Kunst ist halt außergewöhnlich und so außergewöhnlich, dass sie im Louvre hingen, also da, wo die Mona Lisa auch war. Manga-Zeichnungen? Manga-Zeichnungen. Hingen im Louvre. Er hatte dort eine Ausstellung im Selben Museum, wo die Mona Lisa auch hängt. Das heißt, die Kuratoren vom Louvre haben ihn für so krass gehalten, dass sie ihm dort einen Platz gegeben haben und das hat kaum einer geschafft. Und es ist ein großer Fehler zu behaupten, Comic-Künstler seien keine richtigen Künstler oder was auch immer. Genau, genau, genau. Ja, es ist ein großer Fehler. Also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Manche Comic- und Manga-Künstler bringen Dinge aufs Papier, von denen können viele Künstler und Quacksalber nur träumen. Also Leute, die so eine Banane an so eine Wand klatschen und sagen, hey, heftige Idee, man, das hat vorher keiner gemacht. Das ist konzeptionelle Kunst und was auch immer. Die können davon träumen, solche handwerklichen Fähigkeiten wie manche Comic-Zeichner zu haben. Und dieser Araki, der Zeichner von Jojo, Leute, der ist ein Augenschmuss. Er spricht offen darüber. Er benutzt sogar beim Malen, es gibt ein Video, Referenzen von Michelangelo-Figuren. Er liebt Paul Gaugat, geiler Typ, auch kranker Künstler. Und viele andere Künstler nutzt er als Vorbilder. Auch italienische Künstler. Er hat seinen Stil in Italien gefunden, als er diese Statuen und so weiter gesehen hat. Obwohl er eine japanische Kunstform aus... Meine Frage. Kann man sagen, also jetzt ohne, dass es rassistisch klingt, bevor die Leute wieder irgendwas eininterpretieren. Gibt es das, kann man sagen, aus Frankreich, Italien kommen die besten Künstler der Welt oder gibt es so einen Iraner aus Taberis, der auch so ein Immovir ist? Es gibt sehr gute iranische Künstler, da brauchst du nicht weiterzureden. Okay, nächstes Thema. Aber momentan ist das künstlerische Zentrum der Welt, früher war es Paris, davor war es Italien, jetzt ist es halt New York. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, wo die krankesten Künstler aller Zeiten herkommen, würde ich sagen, Italien oder Frankreich. Okay, ganz klar. Das heißt, die asiatischen Länder sind da raus, was Kunst angeht? Naja, die klassische Kunst, wie wir sie heute kennen, bezieht sich mehr auf das Abendland, also die westliche Kultur. Okay. Ich kenne ja nicht viele italienische Künstler. Manche japanische Künstler, zum Beispiel Hokusai, haben auch die Europäer, wie zum Beispiel Van Gogh und so weiter inspiriert. Die waren so gut, dass sie es geschafft haben, in Europa sich durchzusetzen und Beliebtheit zu erlangen. Sie können Karate noch alle. Und das auch noch dazu. Okay, das heißt, man kann schon sagen, der asiatische Raum hatte immer dieses Manga und Anime erfunden. Das ist so der Hauptzentrum von da. Die Japaner, ja. Eigentlich nur die Japaner. Genau, die Japaner. Und die klassische Kunst ist so aus Italien, Frankreich. Ja. Die klassische Kunst. Ja. Okay. Weil ich gehört habe, zum Beispiel Schriftsteller, sondern auch viele, auch aus Frankreich, Deutschland, Italien, aber auch Iran ist auch unter den Top-Schriftsteller. Aber Deutschland sagt man ja auch Land der Dichter und Denker. Ja, das war früher vielleicht, aber jetzt. Früher mal so. Hast du vergessen, man. Jetzt ist das Land von Nisau und Cheyern. Die ist komplett abgestimmt. Nee, Bruder, schön wäre es, wenn das so wäre, man. Aber was heutzutage Schriftstellerei betreibt, das ist crazy. Aber ich finde interessant, was er gesagt hat und dann will ich wieder zu deiner Biografie zurück. Es sind ja, also wir reden ja von der klassischen Kunst und man kann dann jetzt zum Beispiel sagen, die Japaner sind jetzt nur, also vom künstlerischen Aspekt her gesehen, sind sie jetzt nur bekannt für diese Anime- und Manga-Zeichnung, aber es ist schon so, dass das, was die machen, eines großen Respekts bedarf. Also, weil man sagen muss, das ist ein Skill, das sind richtige Künstler, weil früher habe ich auch so gedacht, ich habe gedacht, es gibt bei Leuten wie dir, also Kunstliebhaber und Leute, die das ausüben, es gibt diesen Klassenunterschied. Also ich hätte gedacht, wenn man mir gesagt hätte, ich weiß nicht durch deinen Content, dass du sowas magst, aber wenn man mir gesagt hätte, Eini, das ist Harut, der ist ein Künstler, der ist ein Maler, ich hätte niemals mit dir über Comics oder Mangas geredet, weil ich gedacht hätte, du würdest denken, was ist das denn für ein Schrott? Niemals. Das ist ja keine Kunst. Bro, ich integriere selber Anime- und Manga-Figuren in meine Kunstwerke und versuche das als was Großes darzustellen, als ein Motiv, das es wert ist, auf Leinwand gezeigt zu werden. Ist es so, dass bei diesen großen Künstlern, die halt Bilder, also wir wissen ja, dass die Comic-Zeichner und die Manga-Zeichner, die respektieren die Kunst und die klassische Kunst, so wie bei dir auch. Aber es ist auch so, dass die von da oben, sag ich mal, also die so Bilder in den Galerien ausstellen, dass die, gibt es auch unter denen Leute, die Batman lesen und Dragon Ball? Bestimmt, aber es ist, glaube ich, durchaus der Fall, dass viele mit so einem Auge nach unten gucken und sagen, ja, die haben es nicht geschafft, Künstler zu werden, die machen jetzt Comics und sowas. Aber woher kommt das? Arroganz. Arroganz. In der Kunst herrscht immer noch ein großer... Arroganz, und dann denkt man, das ist was Besseres. Safe. Viele schnacken ja auch so pseudo-intellektuell, um zu zeigen, dass sie was Besseres sind. Zu sagen, ja, geile Linienführung, dies und das. Ich rede manchmal auch so. Aber die wollen halt zeigen, dass die was verstanden haben, was für andere unzugänglich ist und das ist halt so Ja, das mache ich auch verlaufen. Ich sage extra so Dinge, so, dass alle sagen, ey, krass, der hat Ahnung von Marketing. Ja, ja, aber er hat wirklich Ahnung von Marketing. Ich finde das aber, deswegen finde ich ja dich als Content-Creator auch so interessant, weil du bist weder jetzt einer, der nur Comics zelebriert, beziehungsweise Manga in deinem Fall, weil dann wird man sagen, jetzt von der Künstler, wenn man die Künstlerbrille auf hat, ja, der promotet nur so Kinderkram, sondern du feierst beides und du bist ein unfassbarer Historiker. Du hast ja ein Fachwissen, das ist ja unglaublich, so was du alles weißt. Vielen Dank. Deswegen, ich finde ich das wirklich stark, weil du kannst diesen Kunst-Künstler-A-Löchern, kannst du auch Mangas, weil du kannst dich mit dem an den Tisch setzen und kannst über seine Themen genauso reden wie er. Ja, ja. Und du sagst trotzdem, ich lese Dragon Ball. 100 Prozent, du bist ein Hybrid-Künstler. Ja, ja. Deswegen, das finde ich gut und du bist auch ein geiler Typ. Vielen Dank. Muss man sagen, was ich noch fragen wollte zu dieser Thematik, ist das Kunst, was dieser Typ damals mit den gebuschten Haaren im Fernsehen gemacht hat? Bob Ross? Ja. Bob Ross, kommt jetzt ein Film sogar von ihm. Echt? Ja, ja. Bob Ross, ich mag Bob Ross. Der war geil. Ja. Ich finde, Bruder, seine Message ist hammergeil. Er möchte Leuten sagen, du kannst alles, was du willst. Aber ob das Kunst ist, wage ich zu bezweifeln. Es ist definitiv Kunst, aber die Frage ist immer, von was für einem Level von Kunst spricht man. Es ist allgemein verträgliche, leicht konsumierbare Kunst, aber nicht unbedingt etwas, was im Museum hängen wird. Bob Ross hat halt versucht, Techniken zu zeigen, die relativ schnell umzusetzen sind und auch Motive gewählt, die relativ schnell umzusetzen sind. So wie Art Attack. Ja, richtig. Aber ich würde sagen, noch eine Stufe über Art Attack, aber... Hast du schon geguckt? Weil du warst ja bestimmt 30, als Art Attack rauskam. Ja, Bob Ross habe ich doch so, Art Attack war ich zu alt. Ja, Art Attack habe ich gefeiert. Ich auch. Ich habe mir mal diesen scheiß Bastelkleber gesucht, aber nie gefunden. Ja, auch. Mysteriös. Ja. Um zu deiner Biografie zurückzukommen, das heißt, du hast versucht, die bewegten Dragon Ball Bilder, dann hast du, das heißt, das war dein erster Einfluss. Richtig. Wann kam es ungefähr dazu, dass du gesagt hast, das ist mein Lebensweg, das will ich zu meinem Beruf machen, das ist mein Ding? Relativ früh, Leute. Also ich habe mit 10, 11, 12 Jahren beschlossen, ich werde ein Künstler und das muss so sein. Aber ich bin sicher, ihr könnt das nachvollziehen, wenn man das den Eltern irgendwie sagt. Die denken, du bist verrückt. Mittlerweile zum Glück haben die das akzeptiert, weil, ich schwöre es euch, Wetten bei euch ist das genauso. Erstmal muss man den Eltern so einen Batzen Geld auf den Tisch legen und sagen, das klappt und dann sagen sie, okay, wir werden doch kein Arzt. Und bei euch ist das ja ähnlich. Ihr macht ja Social Media und Comedy und so weiter. Das ist ja auch etwas Ungreifbares für Eltern, die aus unserer Generation kommen. Nullgreifbar. Ja. Das ist, hast du Migrationshintergrund? Ja. Ja? Ja. Okay. Das heißt, denkst du, die sagen auch, also die rufen ja auch in der Heimat an. In Armenien. In Armenien. Und sagen so, mein Sohn ist Künstler, verstehen die das? Ja, es ist interessant. In Armenien werden Künstler sehr, sehr respektiert. Das ist ein ernstzunehmender Beruf dort. Ja? Ja. Schön. Okay. Leute, ihr müsst mal dort in der Einkaufsstraße spazieren gehen. So eine schöne Gegend. Ich liebe meine Heimat. Wir haben einen guten Freund, der oft nach Armenien reist. Ja, ja. Schön, Gruß an Kutsche. Ja. Ich schwöre immer sehr gerne davon, aber ich versuche das objektiv zu sagen. Dort sind viele Künstler, Straßenkünstler, die ihre Bilder verkaufen und es sind krasse Talente unter denen. Also sehr, sehr krass. Und viele von denen sind auch auf Social Media groß geworden, was ich sehr, sehr schön finde. Man merkt, Social Media ist ein Cheatcode einfach, der es möglich macht für unbekannte Leute, in Armenien Leute, das ist nicht Teil der Europäischen Union, manche wissen nicht mal, dass es dieses Land gibt. Social Media macht es möglich, dass Künstler von dort eine Plattform bekommen. Finde ich hammer. Ich selber. Und das sind tolle Künstler, die es verdient haben, ein Gesicht zu bekommen, überall auf der Welt. Und wenn ihr seht, was für Preise die nehmen, für grandiose Bilder in Deutschland, würde keiner überhaupt den Stift in die Hand nehmen für Preise, die sie verlangen. Das ist nicht normal. Und ja. Vom Skillset, wenn wir jetzt so in die Kunst reingehen wollen, ist jemand, es gibt ja zum Beispiel Künstler, die malen ein Gemälde, so, ich stelle mir das vor wie in diesen Mittelalterfilmen, der malt so mit Pinsel und Farben, Wasserfarben nennt man das, ist das richtig? Aquarellfarbe, ja. Aquarellfarbe, so damit wir die in den richtigen, also er nimmt eine Aquarellfarbe und malt. Mit Pinsel und Aquarellfarbe. Oder Ölfarbe. Oder Ölfarbe. Jemand, der einen Manga zeichnet oder einen Comic, immer so verschiedene Panels und der zeichnet die sehr, sehr geil mit dem Stift. Kann er das und vice versa? Kann der, kann er das oder muss ein Künstler beides können? Wie sieht das da genau aus? Sehr gute Frage. Es gibt Künstler, die können alles, so wie Prince jedes Musikinstrument spielen kann und gibt es auch Künstler, die alles können. Das ist aber eher die Ausnahme. So wie ein Arzt sich irgendwann spezialisiert auf Dermatologie oder Neurologie und so weiter, muss sich ein Künstler früher oder später entscheiden, welche Richtung geht er. Ich bin ein Künstler, ich kann mich nicht entscheiden. Ich zeichne Manga Panels, ich zeichne Gemälde mit Öl, ich zeichne Gemälde mit Acrylfarbe, mit Aquarellfarbe, mit Bleistift, mit allem. Bleistift, Pinsel, alles kannst du? Alles. Okay, kannst du auch mit Edding? Mit Edding wird schwer, aber ich versuche es so. Alles, alles kannst du. Darauf lege ich Wert, weil ein Künstler, der alles beherrscht, ist wie so ein Mann, der alle Sprachen spricht oder alle Instrumente spielen kann. Auf sowas lege ich Wert und man merkt auch beim Malen, kann er das oder kann er das nicht. Und wie gesagt, vereinzelte Künstler können das, aber die meisten beschränken sich auf eine Sache mehr. Was mich jetzt nicht wundern würde, weil es so fängt immer eine Geschichte an, dass du wahrscheinlich, ohne dir jetzt nahe zu treten wollen, dass du so in Kunst eine Sechs hattest in der Schule. Ja, es ist gar nicht weit hergeruht. Ich hatte eine Vier. Ich hatte eine Vier. Was? Das ist immer so. Ja, meine Kunstlehrerin mochte mich nicht so gerne. Ja, das ist immer eine Ausrede, der Lehrer mochte mich nicht. Nee, ich mein's ernst, Bro, guck mal. Ich hab früher, ich war in der neunten Klasse, ich war 15 Jahre alt, ich hab ein heftiges Bild gemalt, auf das ich nicht wenig stolz war. Ich hab ein Kunstbuch übrigens rausgebracht, wo ich dieses Bild auch abgedruckt hab, weil ich das so gut fand. geil. So, es war eine Manga-Zeichnung. Wer ist das Buch? 100 geniale Manga-Zeichentricks. Das ist von dir, ja? Okay. Dann machen wir in die Beschreibung. Check das ab. Vielen Dank. Gerne. Ich hab damals, als ich das geschrieben hab, ich hab drei Monate keinen Menschen gesehen, weil ich wie so ein Künstler aus dieser Legende nur in meinem Zimmer war und nur gemalt hab. Ich find das aber geil, dass ein Kind so, so eine Gabi, ich find das voll interessant, dass er so dann da bleibt und nur das, anstatt rausgehen, spielen, nein, das ist jetzt mein Kunstbuch. Ich wünschte, ich hätte es mehr gemacht, denn die Wahrheit ist, ich hab mich öfter ablenken lassen, als ich es hätte tun sollen. Ja. Das Problem ist, ich bin ein ehrgeiziger Mensch, aber Ehrgeiz ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich halte mir halt immer Michelangelo als Vorbild, er ist mein Lieblingskünstler. Ich halte ihn mir immer als Vorbild vor Augen und sehe, was er gemacht hat, was er möglich gemacht hat. Aber zu einer Zeit, als das noch ging, heute geht sowas nicht. er wurde halt gefördert, er hat Glück gehabt, ein bisschen. Und dadurch, dass ich so ehrgeizig bin, mach ich mir manchmal Vorwürfe, wenn ich abschweife und mich ablenke oder da und dort mit jemandem chille, mit dem ich lieber nicht chillen sollte und stattdessen meine Hausaufgaben sozusagen machen sollte in der Malerei. Du schätzt deinen eigenen Zeit wert, was wir heutzutage sehr, sehr selten machen, weil das nimmt auch, muss man auch auf die Kappe schreiben von Social Media. Safe. Heutzutage ist, man sieht ja, du hast ja Entzugsentscheidungen, wenn du zwei Tage nicht ans Handy gehst oder einen Tag. Wir alle sind schuldig. Ich kann nicht sagen, dass ich das nicht mache. So sieht es aus. Wir sind alle schuldig. Wir verdienen unser täglich Brot damit. Klar, aber man muss, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist bewusst die Entscheidung zu treffen, nicht das Handy in die Hand zu nehmen. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, jetzt zum Beispiel beim Museum oder ins Louvre, würde ich da keine Fotos machen. Ich würde vielleicht ein Bild machen, für mich privat, wenn ich nach einer Stunde alles mir angeguckt habe und bewusst aufgenommen habe, weil ich sehe das doch zum Beispiel, wo ich in Dubai das erste Mal war, am Burj Khalifa. Ich habe hochgeguckt und habe mir das angeguckt und habe gesagt, ey, wie faszinierend das ist, so ein Gebäude, was so 800 Meter hoch ist und es ist einfach vor mir. So etwas habe ich noch nie gesehen und ich habe nach links und rechts geguckt und ich sehe einfach nur Leute, die durch ihr Handy ein Foto machen oder ein Video, das erste, was sie machen, Beschriftung, Beschreibung, das Insta-Story und haben so dieses ganze Feuer weg, alles nicht mehr mitbekommen. Die leben nicht im Moment. So, und das ist, da hast du recht, wir sind alle schuld daran, aber jetzt so im Alter, man will so ein bisschen weg davon. Finde ich gut. Dass man sagt, ey, ich will ein bisschen bewusster werden, das machen wir ungefähr seit circa, glaube ich, ein Jahr, eineinhalb Jahren. Crack rauchen. Nein, das tun wir nicht, weil wir gegen Drogen sind. Und, dass wir immer bewusster sagen, ey, wir haben keine Lust mehr, unnötig rauszugehen, irgendwo rumzusitzen, wo es laut ist, du kannst dich nicht unterhalten. Warum nicht? Dann haben wir unser Büro so umgebaut, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen einfach hier sein, für uns, unsere Gespräche, unsere Themen, unsere Filme, unsere Musik, dass wir sagen, ey, das ist unsere Freizeit und viel mehr eigentlich für uns jetzt da sind. Statt uns immer wieder ablenken zu lassen. Und jeder hat sein Hobby gefunden, der macht ja BJJ, versucht da jetzt irgendwie diesen Gürtel da zu kriegen, wie heißt er? Der Black Belt. Ja? Ja. Ein BJJ. Ja, was du auch machen? Ich versuche jetzt irgendwie noch ein Tennisturnier zu machen und spiele jetzt auch Tennis. Wirklich? Ja, ja. Leidenschaft jetzt gefunden, ich mag das sehr, es macht mir übertrieben Spaß. In so einem Alter, wo ich gesagt habe, ey, ich will ein bisschen was für mich sein. Mhm. So. Das ist Gold wert. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, ich habe mal in der Schule gearbeitet und habe dort mit den, ich habe Zeichenkurse dort gegeben. Sehr gut. Ja, und vielen Dank. Ich habe viele Kinder gesehen, die großes Talent hatten, aber halt bei Social Media hängen geblieben sind. Und da war so ein Mädchen, Leute, die werde ich nie vergessen, die hat halt nicht nur ein Talent, es ist schon ein Geschenk Gottes, wenn man ein Talent hat. Die konnte halt alles, die volle künstlerische Bandbreite. Also Gegenteil von Nisa, ich kann so nichts einfach. Nein, nur du bist zu streng zu dir selbst. Keiner liegt brennend wie er. Das Mädchen konnte singen, sie konnte schauspielern, sie konnte zeichnen und sie konnte Klavier spielen. Sie konnte all das. War sie Asiatin? Nee, ich glaube, sie kam aus Aserbaidschan. Ja, okay. Und sie hat das alles gehabt, weil ihre Mutter auch Klavierlehrerin und so weiter war. Aber wenn ich ihre Bildschirmzeit manchmal gesehen habe oder wenn sie davon erzählt hat, wie krass das ist, wie viel sie am Bildschirm ist und mit was für fetten Augenringen sie morgens zum Unterricht kam, da habe ich halt gemerkt, hier stirbt gerade das Talent. Ja, und ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder, weil sie so sehr am Handy hängen wollen, weil zum Beispiel, ich kann das ja ein bisschen bei Kindern in meinem Umfeld, meinen Neffen, meine Nichte sehen und da denke ich mir auch manchmal, es muss jetzt nicht jeder, nicht jeder ist dafür geschaffen, irgendwas Außergewöhnliches zu machen. Man kann auch ganz normaler Teil der Gesellschaft sein und das ist wichtig und das ist gut. Aber dann denke ich mir, wie soll in der Generation von meinem Neffen der nächste super Künstler, Fußballer, Violin, äh, Violin, Violin, Violinenspieler, Violinolist oder so, Bassist, Geigenspieler, wie soll der entstehen, wenn ein Kind gar nicht mehr sich so lange auf eine Sache konzentrieren kann? Ich glaube, das hat mit den Eltern zu tun. Auch. Die Erziehung, also es gibt ja auch, zum Beispiel, ich habe einen Nachbar, die haben zwei Kinder, da gibt es kein Fernseher, ein Handy und die Kinder sind schon so 13 oder 14. Krass. Also, kein noch nie. Also, die dürfen einmal am Samstag für zwei Stunden Fernsehen, das war's. Rest wird Aktivitäten, Spiele, was ich gut finde. Ja, gut finde. Und ich glaube, das hat damit zu tun, wenn du irgendwann dein Kind ein Handy kaufst mit 12, 13, dann konsumiert er ja nur so Müll, was ja zur Zeit sehr viel gibt. Ja. Und zum Beispiel. Ja, konsumiert er und dann irgendwann gibt es da keine Skills mehr. Ja, eine gute Frage. Ich hatte mal einen Schüler, der hatte halt reiche Eltern gehabt und er hatte halt kein Handy gehabt. Und er hat immer bei mir geheult und gesagt, ich habe kein Handy, die anderen haben alle WhatsApp und schreiben sich da gegenseitig und ich kann das alles nicht. Ich habe zu denen gesagt, irgendwann wirst du deinen Eltern dafür danken, dass die das so gemacht haben. Ja. Deine Eltern fahren Porsche. Auf dem wird was und alle anderen hängen immer noch bei WhatsApp. Ich merke das halt jetzt schon, Alter. Der ist ein fleißiger Typ und liest mal dies und das. Und ja, schwierig, Mann. So, weiter zu deinem Bio. Wir müssen dein Leben verfilmen. Ja. Ich produziere das und er Ich spiele dich. Und er macht es dann wieder kaputt. Ey, wir müssen euer Leben verfilmen, Leute. Ja. Du warst dann irgendwann 15, 16 und hast gemerkt, ey, das ist was für mich. Was waren die ersten Schritte in diese Richtung? Ja, die ersten Schritte klassische Ausbildung wahrscheinlich, oder? Die ersten Schritte waren erstmal Demotivation, weil, wie gesagt, die meisten haben gesagt, das wird nichts und auch ich selber habe das geglaubt, weil alle das gesagt haben. Ich habe im Unterricht gesessen. Das ist eine Volkskrankheit, dass Leute, die immer, wenn du mit einer Idee kommst, das allererste, was sie sagen, ich denke nicht, dass es funktioniert, macht keinen Sinn. ich wollte den iPod erfinden damals. Haben mir alle madig geredet und dann kam dieser, wie heißt der, Bill Gates? Steve Jobs, Steve Jobs. Steve Jobs, ja. Bill Gates. Von Apple, Apple, G, G, through, bitte, rrrr. Ich saß im Unterricht und habe da für mich gemalt und ich habe nie zugehört. Ich habe immer nur gemalt und meine Hefte waren immer voll gekritzelt und mein Lehrer hatte mal nichts gesagt. Er sagte, Hauptsache, du bist ruhig. Hammer Förderung. Ja, ich feiere den, ich habe bis heute Kontakt zu denen. Der Typ hat mich auch zum Lesen gebracht und mich ermutigt. und der hat mir diese Bücher empfohlen, die in der Schule nicht empfohlen werden dürfen. So einer war das, echt cooler Typ. Und der kam dann hin und her, hat seine Runden so gedreht und hat gesagt, Haru, du kannst ja eigentlich voll gut zeichnen. Wieso machst du nichts daraus? Und ich habe gesagt, ja, was soll ich damit machen? Was soll ich mit Kunst erreichen? Was kann man damit erreichen? Und so krass war der Selbstzweifel, dass man geglaubt hat, es gibt nichts, wie man damit den Brotarwerb bestreiten kann. Und irgendwann kam dann halt der Lockdown und alles Mögliche und dort hatten wir dann Zeit. Und ich habe bis dahin studiert, ich habe Kunst ein paar Semester studiert auf Lehramt, deswegen habe ich auch diesen Job in der Schule gehabt. Ich habe dann abgebrochen, aber habe dort interessante Kontakte geknüpft, viel gelernt und auch gemerkt, was die Grenzen des Ganzen sind. Und im Lockdown habe ich dann Social Media angefangen, weil ich wurde quasi gezwungen. Ein Kollege hat gesagt, Arud, erzähl den Leuten noch ein bisschen was. Du kannst das doch, zeig deine Bilder. Das ist die Chance. Wie alt warst du da? Ich war, ich glaube, 26. Und bis heute, ich muss mal ein Lamm für ihn schlachten. Der Typ war echt cool drauf, Mann. Er schlacht ein Lamm für ihn. Ich kann das gerne machen. Ja. Wir machen das zusammen. Ja. Und du kannst aber auch gut erzählen. Ich glaube, du hast das gesehen. Du hast eine angenehme Sprechstimme und du kannst Sachen gut erzählen, wirklich. Also auch der Erzählfluss. Der wie Bob Ross. Der Bob Ross, der Moderne. Vielen Dank, Leute. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, das war der Beginn des Ganzen. Irgendwann kam ein Verlag auf mich zu. Die haben gefragt, willst du das Buch machen? Ich habe gesagt, ja, mache ich. Und danach kam irgendwann das ZDF auf mich zu. Die haben halt gefragt, ob ich an einem Workshop teilnehmen möchte, wo wir über Anime und Manga aufklären. Sind die durch deine Videos aufmerksam, durch deine Social Media aufmerksam geworden? Die sind tatsächlich zuerst auf einen Kollegen von mir aufmerksam geworden. Grüße gehen raus und dann er hat mich empfohlen. Er wurde halt gefragt, kannst du uns deine Top 10 Zeichner nennen, die du kennst? Und der hat mich dann auf Platz 1 gewählt. Und dann haben die mich gefragt, ob ich da teilnehmen kann am Workshop. Dann haben wir am Workshop teilgenommen, aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine großen Erwartungen. Ich habe gedacht, ich gehe dahin, ich berate dir ein bisschen, kassiere meinen Cash und haue wieder ab. Und danach wurde das etwas vertieft. Ich habe dann gemerkt, hey, warte mal, das ist was ganz, ganz Ernstes. Die haben uns dann engagiert und bis heute bin ich jetzt noch da und mache parallel dazu noch Videos, Kunst und Schriftstellerei auch ein bisschen. Okay. Das heißt, diese Sendung auf ZDF, wie heißt die? Tanoshi. Tanoshi. Okay, und da redet ihr und analysiert Manga und Anime oder nur eine Sache von den beiden? Es ist tatsächlich eine Anime und Manga Quizshow. Wir laden Kandidaten ein mit Creatern, Kinder plus Creator gegen ein anderes Team von Kindern und Creator. Die battlen sich. Wer das meiste weiß, gewinnt. Und ja, mein Kollege und ich, wir sind die, die die Fragen schreiben. Wer ist der Kollege? Anton. Geiler Typ. Todeskorrekter Typ. Auch so ein Manga-Freak? Auch Manga-Freak, ja, ja. Also der, ich weiß über Manga Bescheid, aber der Typ ist ein Lexikon. Also der weiß so alles. Man kann ihm so ein C zeigen, er sagt, ja, das hat der und der gezeichnet, da und da. Also er ist, so wie ich über Kunst reden kann, so kann er über Manga reden. Ja, okay. Krasser Typ auf jeden Fall. Also wie bei dir Musik? Ja. Ja, oder Filme oder so, ja. Ich sag, bist du auch so jemand, wenn ich so einen Ton von einem Song anspiele, weißt du sofort, wir müssen einen Wettkampf machen, weil ich kann das auch. Ja, ich kann dir auch so ein paar Sendungen zeigen, wo ich war und dann so andere gebattelt habe, das ging sehr schlecht für die Gegenseite immer aus. Aber ich bin nicht der Krasseste, ich hab nur, es ist schwer, aber es ist, ich sag immer, es ist so unnötiges Wissen. Safe. Ja, weil wenn man, das ist ja immer, was ich sage, es ist jetzt so abgedreut, ich hab schon tausend Mal am Pott gesagt, aber hätte ich lieber dieses Wissen genutzt und wäre Arzt, so ein Neurochirurg geworden oder Wissenschaftler oder Maschinenbau tätig oder in der Naturwissenschaft. Aber das Ding ist, das liegt einem halt nicht, man. Hättest du Bock, in so einem Labor der Zellen zu erforschen? Zurzeit ja. Nein, alles so, alles gut. Man, jeder findet seinen Weg. Also mein Papa hat auch immer zu mir gesagt, irgendwann, klar, der war auch erst mal, wird Arzt, wird Jurist, wird das, Studium. Florist. Florist. Ja, das war auch sein Wunsch. Aber irgendwann hat er zu mir gesagt, weißt du was, ich rede dir nicht mehr rein, mach das, was du willst, sag mir und ich werde dich auf diesem Weg unterstützen. Weil es bringt nichts, dass ich dir die ganze Zeit sage, sondern such dir das aus, aber überleg es dir genau und wenn es für dich fertig ist, dass du sagst, das ist mein Weg, unterstütz mich. Das hat er gemacht. Voll gut, Mann. Ja. So muss das sein eigentlich von der Elternseite. Es gibt zwei Aussagen, die du bei TikTok getätigt hast. Ich als Konsument deines Contents, die ich gerne mit dir hier besprechen will. Aussage Nummer eins ist, du hast gesagt, Kunst ist nicht subjektiv. Habe ich das gesagt? Ja. Nein. Nein, nein, das muss ein Irrtum sein. Nein, das hast du echt gesagt. Ich habe gesagt, die Rede war, liegt Kunst im Auge des Betrachters. Ah, genau, sorry. Ja, ich habe dich falsch zitiert. Das war mein Fehler, es tut mir leid. Ja, und die Antwort war, ja und nein. Echt? Ja. Ich habe das irgendwie so aufgenommen, als ob du sagen wolltest, nein, man kann sagen, ein Bild ist schlecht, das hat nichts mit Geschmack zu tun. Es gibt objektive Kriterien, mit denen man Kunst bewerten kann oder es gibt subjektive Kriterien. Ich finde, wenn man über eine technische Perfektion verfügt, wenn zwei Künstler über technische Perfektion verfügen, dann kann man nach dem Geschmack urteilen, wer jetzt besser ist. Ja. Wenn ich Michelangelo und Da Vinci vergleiche, beide Goats, dann kann ich sagen, hey, ich mag doch Michelangelo mehr oder Da Vinci. Okay. Das ist dann die subjektive... Aber diesen Punkt der technischen Vollkommenheit, den muss man ja auch erstmal erreichen. Bevor ich weiter darauf eingehe, wollte ich nur für mich als Verständnis, sind, Raphael, hast du ja gesagt, gehört schon dazu, ist Donatello auch ein Goat oder nicht? Doch, der hat schon was sehr, sehr Bahnbrechendes gemacht. Der hat Michelangelo auch inspiriert für seinen David. Die Pose ist direkt von seinem David inspiriert, beide haben ein David gemeißelt. Ich finde Michelangelo's David schöner und besser, aber Donatello hat den Grundstein gelegt. Okay, wenn du sagst, es gibt eine objektive und eine subjektive Wahrnehmung bezüglich der Kunst, kann man das auch auf Musik und Filme, deiner Meinung nach, beziehen? 100 Prozent. Ich finde auf Kunst und Film und Musik noch eher als auf Malerei. Also da sagst du nicht, es ist Geschmackssache? Nein. Weil wir haben oft hier zum Beispiel die Diskussion, also sehr, sehr oft, deswegen würde ich gerne jemanden mit deinem Blickwinkel da hinzuziehen, ist, ich bin ja ein Actionfilm-Liebhaber, ja, und mich stört, also was heißt stört, das ist jetzt nicht so, dass ich, also es gibt für mich kein schlüssiges Argument, dass man automatisch den Actionfilm als Ramsch betitelt und einen Film, der eine dramatische Komponente hat oder wo der Schauspieler Dramaturgie darstellen muss, dass das immer automatisch als besser gilt. Und ich sage, nein, das ist da und unter, also warum ist es so, und diese Frage meine ich wirklich ernst, dass automatisch gesagt wird, Dance Logically in Training Day, das ist eine krassere Leistung als Arnold Schwarzenegger in Terminator. Also, ich, nicht, dass das falsch ist, das zu sagen, aber warum nimmt man das automatisch, an, warum wird gelacht, wenn man mich fragt, wer ist dein Lieblingsschauspieler und ich sage, Jackie Chan, 99,9% der Leute, ja, jetzt mal ernst, warum, warum kann ich nicht sagen, Jackie Chan ist mein Lieblingsschauspieler, das, was er darstellt, die, die Kunst, also das, was er darstellt im Film, ist doch genauso eine Leistung, ja, Jackie Chan kann nicht gegen jede Riegel spielen, wie Denzel, aber Dance Logically kann, so ein geiler Film, ja, aber Dance Logically kann nicht mal ansatzweise machen, was Jackie Chan macht, und das ist auch eine Darstellung auf Zelluloid, als auch auf Film. Das ist eine sehr, sehr kluge Frage, Nisa. Danke. Schau mal, wenn man, also ein Film ist ja auch ein Kunstwerk, so muss man das ja sagen, ja, und wenn man ein Kunstwerk analysiert, ist die erste Frage immer, welche Aufgabe hat sich der Künstler selber gestellt? Ja. So. Wollte der Jackie Chan Film so ein anspruchsvolles Ding machen, wie, nein, wollte er nicht. Es dient der Unterhaltung. Es dient der Unterhaltung. Hat er diesen Zweck erfüllt? Hat er diese Hürden alle gut überwunden? Und wie? Bingo. Dass es heute noch nicht mal erreichbar ist. Allein durch die, durch die Sicherheitsvorkehrungen, die heute getroffen ist, wird man gar nicht mehr diese Risiken eingehen, die er gemacht hat. Ganz genau. Genau, und wenn du, du kennst dich gut mit Jackie Chan aus, ne? Ich liebe ihn. Ich hab meinen Vater immer früher gefragt, wer ist stärker? Arnold Schwarzenegger, oder Jackie Chan. Und wenn du dir die Kämpfe anguckst und die Fights in seinen Filmen und die Kampfchoreografien, das ist heute nicht erreicht. Das ist ja so. Und dann denke ich mir, wie traurig ist das, dass das so, ja, belächelt wird. Dass man sagt, so, also warum darf ich ein Stallone nicht so gut finden wie ein Gene Hackman? Warum ist das so? Also genau, der Grund dafür ist ganz einfach. Der Inhalt. Man denkt direkt, wenn ein seichteres Thema angesprochen wird, etwas, was nicht ganz so anspruchsvoll ist, dass das schlechter gemacht ist. Aber das stimmt ja absolut gar nicht. Genau, gar nicht sogar. Nein. Wenn man zum Beispiel Beethoven mit Kanye vergleicht. Genau. So. Das sind ja auch komplett verschiedene Levels von Anspruch. Kanye ist der beste Popmusiker aller Zeiten. Findest du? Ja, ja. Also easy. Na, da widersprich ich dir. Ja, da kommen wir gleich zu. Und Beethoven macht halt die krankesten Symphonien. Beide sind Musiker, aber beide haben verschiedene Aufgabenstellungen. Beethoven wollte eine Symphonie schreiben, Kanye wollte einen Popsong machen, der im Radio läuft. Beide haben was Verschiedenes versucht. Oder nochmal ein anderes Beispiel. Tupac und Beyoncé, auch beides. Ja. Künstler, beide Sänger, beide Musiker. Tupac versucht, lyrische Kunstwerke zu machen. Beyoncé versucht, durch ihren Gesang zu überzeugen. Aber ist das nicht schwer, die zu vergleichen, weil der eine ist ein Rapper, die andere ist eine Sängerin. Aber das ist gerade der Punkt. Ja. Weil beide verschiedene Sachen versuchen, müssen sie auch verschieden bewertet werden. Ah, ja, das hat, warte, wie heißt dieser berühmte Filmkritiker, der hat sogar einen Pulitzerpreis für Filmkritik bekommen. Roger Ebert. Mhm. Der hat sogar mal geschrieben, weil die haben ihn gefragt, wie bewertest du Filme, weil der hat immer so ein Vier-Sterne-System gehabt. Ein, zwei, drei, vier Sterne. Und die haben gesagt, wie bewertest du das? Und hat er gesagt, genau das erklärt wie du, ich finde das voll faszinierend. Und der hat gesagt, und wie gesagt, er ist der einzige Filmkritiker, der für eine Filmkritik einen Pulitzerpreis bekommt. Krank, ey. Ja. Könnt ihr kontrollieren. Welchen Film denn? Das weiß ich nicht. Der ist gestorben mittlerweile, der hat für die Chicago Sun-Times geschrieben, Roger Ebert. Und er hat erklärt, wenn er zum Beispiel Hellboy, der erste mit Ron Perlman, dem Vier Sterne gibt, dann vergleicht der Hellboy mit Filmen wie Superman und Spider-Man zu der Zeit. Aber er will, wenn er dem Vier Sterne gibt, sagt er nicht, das sind die gleichen Vier Sterne, wie der Pate kriegt. Und das ist ja genau das, was du sagst. Genau. Das ist so. Ja, aber es ist in dieser, in der Bubble, in der er stattfindet, ist es halt ein super bewerteter Film. Weil ich weiß, wenn einer zu mir, es läuft immer gleich im gleichen Schema, wenn wir hier Leute haben, wir reden über Filme, nennen deine Lieblingsfilme, die sagen jedes Mal das gleiche abgedroschene, die gleiche abgedroschene, Scarface, Goodfellas, Part of the... Und wenn die mich dann fragen, und ich sage, Spider-Man 2, dann wirst du immer belächelt. Weil für die ist das so, hä, Spider-Man 2 darfst du nicht im gleichen Atemzug mit Goodfellas nennen, weil das eine ist Ramsch und Goodfellas ist Kunst. Und deswegen wollte ich dich fragen, woher kommt dieser Blickwinkel? Dass die sagen, also für mich ist das wie mit der Kunst elitäres Getue. Auch. Es ist halt das Problem. Zum Beispiel, wie soll ich sagen, es ist halt dieser Inhalt und das Thema. Superhero-Movies generell, werden natürlich kritisch betrachtet, auch oft zu Recht. Ich fand viele Marvel-Filme komplett scheiße. Aber es gibt sowas wie Logan, wo du sagst, oder halt Spider-Man 2. Spider-Man 2 ist super. Alter, wenn man sich die schriftstellerische Leistung des Drehbuchautoren anguckt, Bruder, was der da zustande gebracht hat, das ist doch nicht normal. Der hat es geschafft, in einem Superhero-Movie die intellektuelle Entwicklung des Helden darzustellen mit Bildern, mit Bildern. Man hat nicht irgendwie einen inneren Monolog oder sowas gehört, man hat das alles durch Bilder gelernt. Das ist sehr, sehr krass, eine krasse Anforderung, die auch anspruchsvollere Regisseure wie bei Scarface auch durchaus nicht unbedingt so gut zustande gebracht haben. Ja. Was denkst du, aber woher kommt das, dass du dann so alleine mit deiner Meinung bist? Weil wenn mich jetzt einer fragt, ist Scarface oder Spider-Man 2 ein besserer Film? Ich sag Spider-Man 2. Fühl mich. Und die Leute denken dann so, ey, der ist einfach ein komplett hängen gebliebener Mensch, das nehme ich auch gerne auf mich. Natürlich ist es auch immer mit einer gewissen Provokation, wie alles, was ich mache. Aber ich meine jetzt wirklich, ohne Provokation, Spider-Man 2 ist ein besserer Film als Scarface. Den kann ich öfter anschauen, der unterhält mich mehr. So, ich finde den auch auf der emotionalen Ebene besser als Scarface. Bruder, ich fühle das Original. Ich sag dir doch, warum. Wie oft habe ich in meinem Leben in Spider-Man 2 geguckt? Wie oft hatte ich das Bedürfnis, Scarface zu gucken? Danke. Ich bin so viel öfter zu Spider-Man 2 zurückgekehrt. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn man über den Gipfel der technischen Perfektion spricht, sowohl Brian De Palma mit Scarface ist großartig, als auch Sam Raimi. Ja? Nee, nicht Mendes. Sam Raimi hat Spider-Man 2 gemacht. Ja, ja. Sam Raimi hat Spider-Man 2 gemacht. Das google ich. Ja, google das. Sam Raimi, Spider-Man 2. Beide sind auf dem Gipfel der technischen Vollkommen. Weil beide Filme sind brillant geschrieben. Ja. Aber beide bewegen sich auch in verschiedenen Genres. Komplett. So. Ich vergleiche auch nicht einen Löwen mit einem Tiger. Ich sage auch nicht zu einem, wenn ich einem Löwen sage, lauf so schnell wie der Gepard, sage ich auch nicht, ey, du bist nicht so schnell gelaufen, du kannst das nicht. Ja, du bist ein Keck. Der Löwe hat andere Talente. Ja. So. Und je nachdem, in welchem Genre man sich befindet, kann man das vergleichen. Und beide sind auf dem Gipfel der technischen Vollkommenheit. Und da entscheidet, wie gesagt, der Geschmack. Okay, aber ist es eine falsche Aussage von mir, wenn man mich fragt, wer ist dein Lieblingsschauspieler? Und ich sage, Arnold Schwarzenegger und Silvester Stallone. Als Beispiel. Hallo. Weil ich das danach bewerte, wer hat die unterhaltsameren Filme gemacht? Ja. Und so sehe ich das. Ich kann dir nicht sagen, Daniel Day-Lewis, weil ich von Arnold Schwarzenegger 30 Filme geil finde. Ja. So, mir ist klar, dass der nicht so spielt wie Daniel Day-Lewis. Ich bin ja nicht komplett vom LKW angefahren worden. Aber, also verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Guck mal, also ich würde in diesem Fall eher sagen, dass da dein persönlicher Geschmack entscheidet. Genau. Und weniger die technischen Fähigkeiten. Genau, das sage ich schon. Weil Arnold Schwarzenegger hat halt gefühlt gar keine technischen Fähigkeiten. Ja, das stimmt. Aber, da gebe ich dir recht, aber es ist falsch, soll ich sagen, egal welcher Schauspieler, die Capri oder den Slosch und den Al Pacino holen alle, die hätten nicht eine Maschine so gut spielen können wie Arnie in Terminator. Heißt das dann nicht, dass der da in, weil das ist ja auch Skillset eines Schauspielers. Wie gut spielt so eine Maschine? Ja, Mann? Ja, ey, jetzt hast du mich, Mann. Ja. Weil die Anforderung war ja, spiel eine Maschine und er hat das gut gemacht. Ja. Und könnte Leonardo DiCaprio so eine Maschine so gut spielen wie Arnie? Ich glaube nicht. Oh! So, da, Wuxi, Aber wenigstens, bist du ehrlich. Verstehst du, muss man ihm dann nicht den Respekt geben? Klar, ich breche jetzt hier eine Lanze und setze mich dafür ein, aber mich stört, deswegen, ich bin ja auch zum Beispiel ein übertriebener Horrorfilm-Fan und mich stört, ich glaube, das kommt alles, das ist durch die Oscars entstanden, weil Actionfilme und Horrorfilme sind zu 99,900 Prozent, egal wie bahnbrechend sie waren, die werden nie nominiert, die gewinnen nie, nur so für eventuell Best Sound Mixing oder so. da wirst du keinen interessieren. Ja, keinen interessieren, aber du kannst mich doch zum Beispiel nicht sagen, dass Predator von Arnie kein brutaler Film ist. Oder Alien, Alter. Ja, brutal, brutal, die ersten zwei. Das ist ja, ähm, und damit will ich ja nicht die anderen herabstufen, sondern ich will sagen, ey, respektiert die auch. Warum kommt immer dieses Lächeln, wenn du über Jackie Chan redest oder warum wirst du immer so belacht, belächelt, dass die Leute sagen, guck mal, der. Bruder, die sollen erst mal erreichen, was Jackie Chan erreicht hat. Ja. Es ist, es ist das gleiche wie dieser Vergleich zwischen Comic-Künstlern und klassischen Malern. Genau, so sehe ich das, ja. Ja, und wir haben ja bereits bewiesen, dass das ein Irrglaube ist. und zum Beispiel, der von Dragon Ball heißt Akira Toriyama. Ja, Richtig. So, du kannst mich ja nicht belächeln, ich glaube, da ist der Drops auch gelutscht, mehr als beim Film. Wenn du sagst, ich glaube, Kunstfänz lutscht nicht, aber was ist verkehrt, wenn jemand sagt, wer ist dein Lieblingsmaler, Künstler, und du sagst Akira Toriyama. Warum muss ich Da Vinci sagen? Ich will Akira Toriyama sagen. Bro, ja. Tatsächlich ist das eine legitime Aussage, aber es ist sogar so, dass man auch als Manga-Fan belächelt wird, wenn man sagt, Akira Toriyama hat den besten Manga-Zeichenstil. Echt? Selbst da wird man belächelt. Warum? Weil es zu Commerz ist? Nee, weil es so aussieht, als ob das jeder zeichnen kann. Aber die Wahrheit ist, das kann nicht jeder zeichnen und das wird auch, so wie Toriyama, so wie Michelangelo ein Künstler war, den es nie wieder geben wird, so wird es auch ein Akira Toriyama nicht mehr geben. Aber das ist die Einschätzung von Malern und Künstlern. Ja. Aber wenn ein random Konsument, ein Leser, der vielleicht zwei, drei Mangas oder auch 20 Mangas gelesen hat und keine Ahnung von Kunst hat, der wird Toriyama nicht in seiner Top 3 sehen, weil es zu simpel aussieht. Leute verfallen immer diesem Irrglauben, Kunst muss komplex aussehen, um gut zu sein. Ja. Und das ist absolut irrtümlich. Ein Auto sieht ja auch nicht am besten aus, wenn es unzählige Linien hat. Ein Auto sieht immer dann schön aus, wenn die Linien sitzen und das Design keine überflüssigen Linien hat. Und Toriyama ist das Ergebnis davon. Nichts Überflüssiges. Der Typ, absolutes Genie. Weniger ist mehr, wie man so schön sagt. Less is more. Ja. Ja, das ist jetzt wichtig, weil ich glaube, man sieht ja, wie belesen du bist und dass du Arno von Kunst hast und dass du jetzt dieses mit dieser DiCaprio-Arni-Diskussion so, da hast du mich so wieder komplett die Karten zugespielt. Das ist aber sehr gut. Aber das feiere ich auch, dass man auch sagen kann, ey, ich verstehe, was er meint. Er hat gar nicht so Unrecht. Das ist die Basis für alles. Weil mein Image basiert ja komplett, ja, ich bin hängen geblieben, ich rede nur scheiße, ich provoziere. Aber wenn jemand wie du sagt, nee, da ist schon Substanz von dem, was er sagt. Image nennt man das heute? Ja. Ja, Image nennt man so, aber ist eigentlich auch eher Charakter. Nee, man merkt an den Fragen, die du stellst, dass du Ahnung und Substanz hast, Mann. Also du redest nicht nur daher, sondern du zielst mit so einem Sniper direkt in die richtige Stelle. Du fragst mich auch als Künstler interessanterweise die Fragen, die ich mir von anderen auch gewünscht hätte. Ja, das freut mich. Danke, danke. Habt ihr über diese Arni und Van Damme ihr habt ihr schlau gemacht, wo ich nicht da war. Ja, war ja. Wo keine Gegenargumente gekommen. Ja, hör dir das an. Oh, nee, ey. Würdest du anders Argumente geben? Ja, ja, ja. 100 Prozent. Das hat er schlau gemacht. Nein, nein. Hat die Zeit genutzt, dass ich weg bin, dass du dich einnohlen kannst. Hörst du dich später an? Du wirst dir sagen, ja, okay, da kann man eigentlich... Ich verspreche dir ein, wenn du das später hörst, wirst du sagen, hier gerade Point. Ja, das ist handfest. Aber hatte ich letztens auch mit einem Schauspieler, der war hier, da habe ich das auch erklärt, aber anders als jetzt bei dir, ne? Und da hat er auch dann gesagt, ja, okay, theoretisch hast du, dass das stimmt. Es geht nur darum, so ein bisschen auf... Sagst du bei Musik, ist das auch so, dass man sagt, es ist nicht Geschmackssache? Ja, guck mal. Weil es ist ja keine Mathematik, das ist ja immer das Argument. Deswegen sagt man ja, oder sagst du, nein, man kann sagen, dieser Künstler ist schlecht und der ist gut. Das ist halt die Frage, was man da vergleicht. Guck mal, ich kann zum Beispiel Kanye West scheiße finden, genau, aber egal, wie scheiße ich ihn finde, ich kann zum Beispiel nicht sagen, seine Beats sind schlecht komponiert. Ich kann nicht sagen, dass diese Punchline schlecht war. Ich kann nicht sagen, dass da kein Gefühl dahinter steckt. Man muss sich da eine gewisse Objektivität auch bewahren. Man muss ein bisschen Distanz aufbauen. Ich kann auch sagen, Taylor Swift ist scheiße. Ich finde sie auch wirklich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber dann kann man ja auch sagen, 780 Milliarden Fans können ja nicht dumm sein. Ich finde schon, aber... Also ich stehe unter den Swifties. Echt? Ja, die sind schlimm. Ich teile aber deine Meinung, also die ist so komplett überbewertet. Also ich sehe nicht... Aber ich mag 2, 3 Songs von der. Ich mag auch 2, 3 Songs von der, aber ich mag mich mehr als 2, 3 Songs von der. Ich mag auch Songs von Gildo Horn. Ja. Das ist ja kein... Ich mag auch ein paar Songs von Peter Maffay. Ja. Kennt ihr über sieben Brücken. Musst du gehen. Keiner Track. Guter Song. Aber du hast natürlich jetzt wieder ein bisschen übertrieben, indem du gesagt hast, Kanye West ist der größte Popmusiker der Zeit. Also ich finde, das ist ein valider Punkt. Ein valider Punkt? Ja. Ich finde, Prince ist auch in dieser Debatte, Michael Jackson auch, James Brown auch. Aber findest du, Kanye West ist auf einem Level mit Michael Jackson? Ja, ich finde, er ist über Michael Jackson. Okay. Boah, Bruder. Oh mein Gott, Bruder. Jetzt, aber jetzt. Hallo? Doch, ich bin's ernst. In welcher Hinsicht ist Kanye West über Michael Jackson? Sei doch ein bisschen respektvoll. Bruder, ich liebe Jacko. Ich starte eine Petition gegen dich. Ja, damit du... Wir sammeln 70.000 Unterschriften. Jacko ist Asti und unantastbar. Ich fühle das. Kanye West sagt das ja auch selber. Ja. Aber ich finde... Ey, ich komme gar nicht mehr klar. Ja, das ist schon echt übertrieben. Das ist schon hart. Ehrlich? Findet ihr das so abwegig? Ja, das ist schon abwegig. Ich bin... Guck mal, aber ich feier, dass das deine Meinung ist und du das versuchst, hier auch argumentativ zu belegen. Also du sagst, verstehst du, ich feier das. Also mir wird es nicht gefallen, kann dir natürlich egal sein, aber mir wird es nicht gefallen, wenn du das denkst und sagst, okay, damit ich jetzt nicht so gut, damit ich eh besser ankomme, sag ich dir. Wenn du das wirklich denkst, das ist ja besser als Michael Jackson, aber du musst uns das natürlich erklären. Ja. Also man kann das als vergleichen. Es ist dieser Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Wenn wir über technische Perfektion und so weiter reden, beide sind ganz weit oben. Ja. So. Und da entscheidet oft der Geschmack. Genau. Und niemand kann mir sagen, dass ein Vergleich komplett unnötig ist und komplett eindeutig für Michael Jackson alles ist, weil... Doch. Nein. Guck mal, ich finde, Bruder, jetzt reizst du mich. Ja, gerne. Ich will das. Ich mag das. Guck mal, ich finde Kanye innovativer, Bro. Als Michael Jackson? Ja. Kanye wird es erstmal ohne Michael Jackson nicht geben. Ja, da bin ich bei dir. Okay. Fühl dich, akzeptiere ich. Okay, sehr gut. So, dann, wenn du jetzt, guck mal, würdest du sagen, dass man in 300 Jahren, ich übertreibe jetzt extra, weil ich das eh immer mache, über The College Dropout oder My Beautiful Dark Twisted Fantasy, wie heißt das? Ja, so heißt es. Ja, so reden wird wie bei Off the Wall und Thriller? Ja, guck mal, Bro, Off the Wall hat halt dieses Backing, 100, ich glaube, 50 Millionen verkaufte Platten, Thriller, 140 Millionen verkaufte Platten, das ist nicht normal. Und man muss auch ihm zugute halten, ich will Jaco nicht schlecht reden, wie gesagt, wir nehmen das nicht als schlecht, wir sagen nur, du sagst auch, der ist King, aber du findest Kanye halt krasser. Ja, ich habe das schon verstanden. Ich finde, man muss ihn diesem Respekt als Vorreiter, das ist Nummer eins, man muss ihn dem Respekt als Vorreiter zollen, Michael Jackson hat Dinge möglich gemacht, die es vorher nicht gab. Genau. Punkt. Und da fängt erst die Debatte an. Ja. Ich finde so, zum Beispiel solche Vergleiche, das kennt ihr Safe auch, wenn man ihn mit Drake und sowas vergleicht, das finde ich ja, lächerlich. Das finde ich absurd. Das ist so, das ist halt, weil die Art des Konsums hat sich geändert. Ja. Deswegen haben wir auch schon oft drüber geredet, deswegen hasse ich auch immer dieses, Drake hat jetzt mehr Top Ten Singles gehabt, als die Beatles gleich, ja, weil du alles gleichzeitig streamen kannst, das ist nur eine ganz andere Zeit. Verkaufszahlen sind irrelevanter als je zuvor. Ja, jetzt sind sie wirklich irrelevant. Auch bei Mangas genauso, nur weil ein Manga mehr verkauft hat, heißt es nicht, dass er besser ist und so eine Kacke. Ja. Und in der Kunst auch so, nur weil ein Bild teurer ist, heißt es nicht, dass es besser ist. Aber, Michael Jackson als der Vorreiter, Respekt, so habe ich jetzt 70 Mal gesagt. Ja. Aber ich finde Kanye, wenn ihr euch mal seine Alben anschaut, jedes Album ist anders. Bei jedem Album geht er ein fettes Risiko an. Bei jedem Album erfindet er sich neu. Bei jedem Album schlägt er einen Weg ein, den andere nicht eingeschlagen haben. Und bei jedem Album zerstört er das, was er beim vorherigen Album aufgebaut hat, und macht was komplett Neues. Also, das ist für mich... Ja, Respekt. Ja, das macht auch nicht jeder. Nein, Kanye ist ein großartiger Künstler, obwohl ich jetzt nicht so der Fan bin. Das sehe ich objektiv. Ich sehe ihn aber nicht auf diesem Stevie-Prince-Michael-Level. Kann ich auch verstehen. Ich liebe Stevie Wonder. Ja. Was ist dein Lieblings Stevie Wonder-Track? Track? Ja. Superstition finde ich gut. Hammer. Dann finde ich... Das hat aber so auch nostalgische Gründe für mich, so Part-Time-Lover. Boah, geil. Das ist Luther Vendrus, der diese Big King singt. Echt? Luther Vendrus hat das gemacht? Ja. Und wenn ihr das jetzt hört, dann hört ihr das. Geil, Mann. Dann, was von... Ding Wish ist gut. I Wish, ja. Ja. Was ist noch von Stevie gut? Boah. Free ist brutal. Free ist sogar ganz, ganz weit vorne bei mir. Ähm, dieser Song, den du immer singst. Last Winter. Achso, Superwoman. Ja. Ja. Stevie hat halt so zu viele, zu viele gute Sachen. Warte, bevor wir zu Stevie und Prince... Warte, lass mich erstmal mal Lieblings-Tracks sagen, Conny. Kennt ihr Ribbon in the Sky? Ja, klar. Den ich feier. Ist auf dem Musicquarium-Album drauf, diese Greatest Hits, da waren so vier neue Songs und da ist das drauf. Den feier ich. Ich wünsche, er würde das auf meine Hochzeit singen, Leute. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube... Ähm... Ja. Wir schweifen ab, sag, was du sagst. Bleiben wir mal im Hip-Hop-Kontext. Das heißt, wenn du sagst, Kanye ist mit Stevie und Prince und Michael, man muss ihn da schon nennen, er ist der größte Popkünstler aller Zeiten, sagst du damit automatisch, dass er im Hip-Hop-Kosmos dann definitiv die Eins ist? Safe. Aber auch da, das ist wieder so ein Ding, ne? Wenn ich jetzt Michelangelo und Raphael vergleiche, ja. Ich liebe Michelangelo mehr, aber ich muss zum Beispiel zugestehen, Raphael malt schönere Gesichter. So. Wie heißt dieser Raphael mit Nachnamen, der Künstler nur für uns? Boah, hab ich nicht im Kopf. Okay, aber so tun, als wärst du Kunsthistorik. Kein Problem. Du hast mich kalt erwischt. Ja, okay, das heißt Kanye ist, sagst du im Hip-Hop-Kosmos, die Heizung an, Du sagst, Kanye ist im Hip-Hop-Kosmos die Eins. Ja. Überpack. Eminem. Easy. Oh, ne. Ja, fuck man, also ich merke, da sind wir uns uneinig. Ja. Aber ich muss dabei bleiben. Aber ich finde es gut, dass du andere Meinungen zulässt. Ja. Und Spaß. Verstehst du? Ja, und wir akzeptieren auch deine Meinung. Würdest du, findest du, bis welche Alben von Kanye würdest du sagen, sind perfekte, runde Meisterwerke. Alles ist perfekt. Nein, jetzt übertreibst du. Nein. Auch Jesus is King und so. Jesus is King ist auch gut, aber wenn ich ranken würde, letzter Platz. So. Aber selbst ein schlechtes Kanye-Album ist immer noch besser als das. Und diese Heartbreak und wie. Alter, 808 war krank. Und das mit Kid Cudi und so, diese Alben waren gut. Krank, krank. Nein, jetzt übertreibst du. das war Witze. Nein, du bist jetzt so ein Fan einfach. Machst du Witze? Nein, nein, guck mal, du wirst dich hin. Nein, nein, man kann sagen, die ersten vier Alben gebe ich dir. Nein, 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 später ist er sogar noch besser geworden. Dark Fantasy, Jesus, Pablo, Donda war auch. Pablo und Donda findest du gut? Nein, ich finde auch Kanyes alte Sachen besser als jetzt. Nein, 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 nein. Also ich sag's mal so, nach Graduation ist er erst mal warm gelaufen. Okay, welches, wie würdest du sagen, ist das beste Kanye-Album? Pablo oder Dark Fantasy. Pablo, das sagt kein Mensch. Alter, Pablo hat Wolfsmann, Pablo hat Ultralight Beam. Nee, da bin ich, nee, ich will. Okay, findest du, Kanye hat ein Album, bleiben wir mal im modernen Hip-Hop, weil ich bin eben so ein 90er-Jer-Dings. Findest du, Kanye hat ein Rap-Album, das so gut ist wie Richard I Try'n? Oder Marshall Mathers LP von Eminem? Nein. Nein, bitte. Sag nichts Folgendes, Wir brechen ab. Wir bleiben jetzt bei den Fakten, okay? Ich versuch jetzt meine Subjektivität zurückzuschalten. wir lieben dich ja. Cool, sehr gut, ich liebe euch auch, pass auf. Wie gesagt, Michelangelo malt nicht so gute Gesichter wie Raphael. Genau. Ich bin nicht so hübsch wie Shia, zum Beispiel. Und Kanye schreibt nicht so gute Texte wie Eminem. Ja. Oder wie Kenrick oder sowas. Ja. So, das akzeptiere ich, das ist ein durchaus berechtigter Punkt. Okay, das muss man nennen. So gut. Man muss gucken, was ein Künstler kann und vergleichen. Aber alles andere, Emotion, Produktion und wie sagt man, der Body of Work, den du auch vorhin angesprochen hast, wenn man sich Kanye's Oeuvre anschaut, was der Typ alles zustande gebracht hat, das ist doch nicht normal. Das kann keiner. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Warte mal, wie hat Eminem später versagt? Wie schlecht waren denn seine späteren Alben? Aber ist ja egal, wir hören nur die ersten drei. Ah. Ja, findest du Wolchers und Wolchers 2 ist gut, oder was? Der will mich verarschen, Mann. Nein, geh weg. Okay, ich hab ne Frage. Alter, hör dir mal Keys to my life an. Ich hab ne Frage. Wenn man jetzt Kanye, ich hab auch die Doku gesehen, und man kriegt ja auch ein bisschen was mit, was er damals alles probiert hat. Jetzt nimmst du die Legacy von Kanye. Wie alt ist sie? 30 Jahre? Nein, 2004 kam das erste Album. Genau, 2004. Ja, aber davor hat er ja Beats gemacht. Stimmt, für Jay-Z und so. Aber müssen wir ihn da schon bewerten? Ja, bewerten, von Anfang an. Ja, dann der erste Beat, war wann? 2002, eins? Ich glaub, sogar noch früher. 98, 99, irgendwie sowas. Ja. Okay, sagen wir mal 25 Jahre glatt fürs Rechnen. Haben wir ne Kanye-Historie. Du sagst, sein Album, er ist nur warm gelaufen, in den ersten 4, 5 Alben. Nee, in den ersten 3 Alben. Sehr warm gelaufen. Danach hat er gezeigt, rasiert, macht, tut, jedes Album, er zerstört, macht ein neues. 50 hat nur ein Album gemacht, 2003, und bis heute, macht er Welttourneen, und hat alles größere Verkäufe, größere Live-Shows, alles größere, als Kanye. Nur mit diesem Album. Nur mit einem Album. Und er kann mit diesem Album, er kann jeden Song live performen, alle rappen. Genau. Ich fühl das. Wisst ihr, Da Vinci hat ja auch nur 15 Bilder gemalt, aber besser als jemand, der Picasso 500 Bilder gemalt hat. 50 Cent ist Da Vinci. Ja, nee, würde ich nicht sagen. Guck mal. 50 Da Vinci Cent. 50 Da Vinci Cent. Mein Punkt ist der, 50 in allen Ehren, ich liebe ihn, Alter, Just a Little Bit und die ganze andere Sache. Ich liebe ihn über alles. Was ist so Ihr Lieblings-50 Track? Oh, stark. Meiner ist wirklich, ich sag ehrlich, ist einmal Backdown, und einmal, einfach da, wo ich dich halt, Murder, Lives on the Line. Ja. Die zwei. Nee, mein Lieblings-50 Song ist, You're not like me, you're not like me. Nein, ich glaube, einen kann ich nicht bestimmen, aber ich glaube, Wankster, Boah, Beat, alles wieder flott. Wankster, dann, What Up Gangster, Ja. Miniman, Wish Death for For Me, Bloody Mars. Du bist ein Scarface-Film. Ja, dann überlege ich die Songs auch, auf jeden Fall. Aber ich mag auch P.I.N.P. extrem. Ja. P.I.N.P. Hat das ja gecovert, live. Das ist ja gecovert live, auf der Show. Mit seinem Englisch. Keiler Typ. Mit meinem Englisch. 50 ist schon geil. Das Massaker-Album fand ich auch gut. In My Hood war geil. Ja, da ist Toy Soldier drauf. Toy Soldier, das ist doch von Eminem. Eminem, nein, aber es gibt Like Toy Soldiers von Eminem, das ist auf dem Encore-Album. Auf dem Massaker-Album 50 ist ein Song, der heißt I put a battery in his bag. Da ist nur Toy Soldier. Es gibt also zwei Songs. Wie ist der Remix, wo beide drauf sind? Am I War? Nee. Auch Soul Joe oder nicht? Mit Eminem, 50, wo 50 so einen krassen Part hinlegt. Nee, das ist ein anderer Song. Das ist ein anderer Song? Ja, ja, ja. Wie heißt der? Du meinst, glaube ich, We All Die One Day, wo Lloyd Banks, 50 und Eminem drauf ist und Obi? Nee, ich gucke nicht. Ah, du meinst, dieses You know, you act like you don't know. genau. I can do for sure. Das ist Lloyd, Eminem 50. Hiss da auch nicht irgendwas mit I'm a Warrior? Das ist nur Lloyd Banks. Da ist aber Eminem nicht drauf. I'm a Warrior ist Lloyd Banks' Song. I'm a Warrior. Jetzt habe ich es. Wir sind komplett Till the Collapse Remix. Till the Collapse, ja, das meine ich. Da ist ein 50-Part, das habe ich nur auf so einem Mixtape. Ja, jetzt ist mir eingefallen. Das ist zu lange her. Aber ich weiß, was du meinst. Kanye ist so wie Denzel Washington, dass er, er hatte halt nicht so eine, seine, die Zeit seines Schaffens, wo er wirklich geniale Sachen gemacht hat, ging halt ein bisschen länger. Er hatte nicht nur so drei, vier Jahre, wo der innovativ, wo der gut war, wo der mitgemischt hat. Ich habe bei Kanye das Gefühl, aber da bin ich nicht so drin, der hatte nie so einen ganz krassen Peak, aber dafür groß, aber sehr lange als Künstler. Konstant. Richtig. Er hat ja bis heute nur drei Nummer Eins-Sits gehabt. Gold Digger, Stronger und Slow Jams. Und das sind Slow Jams mit Jamie Foxx? Das war auf eins? Slow Jams mit Jamie Foxx und Pusher. Nee, Twister. Twister. Ja, Twister, geiler Part. Twister. Damn. Stronger ist das mit diesem Sample. Hey, das ist von Daft Punk, Alter. Kennt ihr Daft Punk, Leute? Klar. Ich glaube, ich habe die krankeste Band überhaupt auch. Die haben so einen Anime-Clip gehabt, wo ein japanischer Manga-Zeichner diesen Clip gemacht hat. Echt? Die sind auch live brutal. Auch gute Alben gemacht. Ich bin ehrlich, ich kann meine Nummer Eins, Daft Punk Nummer Zwei, also die ich am liebsten höre. Okay, Daft Punk. Ich mag aber französische Hausmusik sowieso gerne. Ja? Ja, ja. Das sind schon geile Sachen. Aber französische Musik in den 90er war geil. Aber die war geil. Jeder hat einen Crush auf die Gehirn. Ja, ja. Lolita. Ich fand die Song richtig geil. Aber würdest du sagen, Kanye West davon mit Stevie und Michael und James Brown so nennen? Nein. Wirklich nicht? Nein. So im Hip-Hop-Kosmos, ja. Ich würde das trennen. Weil, guck mal, man muss, also allein diese kranke Idee in den 2000ern zu sagen, ey, nimm mein ganzes Leben auf, ich werde irgendwann einen Star und dann zeige ich diese Doku. Ja, der war schon so visionär. Ja, das ist schon krass. Und dann nimmt er so einfach die letzten 20 Jahre auf und dann verpackt er das in so einer Doku. Das ist schon krass und der Typ hat schon, der hat eine Legacy, muss man sagen. Ja. Hat eine Legacy und ich glaube 2007, 2008, 2009 habe ich auch so gefeiert, so mit T-Pain die Sachen. Ich finde auch bis jetzt für mich der beste Auftritt außer 50 und Eminem bei den MTV Music Awards oder so. oder muss ich auch Kanye mit reinnehmen. Zum Beispiel Kanye, wo er mit T-Pain in Las Vegas Welcome to the good life. In diesem Pool und dann in diesen, wo das mit dem Helikopter gefilmt ist. Das waren die VMAs, ne? Das waren die VMAs. Da war auch, in der Zeit, glaube ich, war Timberland mit Nelly Furtado und Justin Timberlake. Das war so die Zeit. Das war eine heftige Musikzeit auf jeden Fall. Da gab es echt viele Tracks. Ja, ja. Da gibt es, feierst du noch, welches was sind noch so Rapper, die du hörst außer Kanye West? Du gerne hörst. Ich überlege. Also ich höre 50 auch sehr gerne. Wen höre ich noch gerne? Ich mag Ice Cube gerne. Boah, aber krass. Verschiedene Sachen, die du abdeckst. War interessant. Na, solche Sachen. Ich mag generell aber mehr R'n'B und so. Coolen der Gang und sowas. Ja, ja. Da bist du genau richtig bei uns. Stevie Bond auch. Ja. Coolen der Gang ist geil. Und Heino. Heino, lieber. Hey, ey. Wer hat mir mal einen Clip gezeigt? Das war so richtig hammer, das zu sehen. Da war Michael so richtig jung, ne? 17, 18, 19? Ja, ungefähr. Sitzt irgendwo bei der Show und coolen der Gang tritt auf. Und dann siehst du, dass Michael das übertrieben feiert. Und singt mit so. Und klatscht so. Und klatscht so mit. Und das ist schon krass, dass so ein angehender Weltstar, der die Musik revolutionieren wird, so cool in der Gang sagt, okay, das ist ein heißer Scheiß, was hier abgeht. Es gibt auch einen Auftritt von Stevie Wonder, Part-Time-Lover. Da sitzt auch Michael im Publikum und klatscht auch mit und singt mit und feiert das übertrieben. Ja, man kann auch zu Recht sagen, ohne Stevie Wonder und James Brown gäbe es auch kein Michael Jackson. Ja, ganz klar. Das sind ja die Vorreiter. Aber ist es nicht sogar Jackie Wilson ein Grund für Michael? Ja, auch. Jackie Wilson war ein sehr großer Einfluss auf Michael, aber der wird halt nie so genannt mit den anderen. Ja, also ich höre den Namen zum ersten Mal, wenn ich ehrlich bin. Jackie Wilson, und der war auch eine Inspiration, denke ich, auch für Elvis. Ja, war der auf jeden Fall. Weil die Art, wie er sogar tanzt, hat Elvis ganz, ganz viel kopiert. Ja, Elvis hat viel von schwarzen Künstlern kopiert. Ja, ja. War der ja schwarz, den ihr meint? Ja, Jackie Wilson, ja. Brutaler Sänger, aber der war halt nicht so erfolgreich wie die anderen und du weißt ja, damit du so einen Einfluss hast und einen Impact, muss halt auch der kommerzielle Erfolg mit dabei sein. Deswegen Kanye West und Lil Wayne. Aber du kennst Jackie Wilson Songs, 100 Prozent. in jedem zweiten Hollywood-Film wird dieser Song eingerichtet. I'm love. Your love's lifting me higher. Ah. Henni Sado, das ist eine gute Stimme. Geht. Das ist Jackie Wilson. Also nicht er. Also eigentlich Jackie Wilson in anderen Sachen. Und ja, man muss halt, also auch ein Kanye West, wie wir jetzt gesagt haben, oder 50 Cent oder Lil Wayne, die hätten jetzt nicht diesen Impact, wenn die nicht auch krass erfolgreich wären. Also Erfolg ist schon wichtig. Du kannst keinen Impact haben, wenn... Ich verstehe auch, worauf ihr hinaus wollt. Diese Kahnchen, ne? Dass er, als diese Hurricane war in New Orleans... Achso, wo er gesagt hat, George Bush doesn't cover black people. Guck mal, du musst dir das so vorstellen, wenn du im Showbusiness bist, dann weißt du ja, wie das so abläuft. Man darf sowas nicht sagen. Nein. Nicht nur das. Nein, ich versuche mich ja immer, ich versuche immer, mich in andere Lagen zu versetzen. Ich brauche immer so ein bisschen, aber ich versuche immer, weil ich habe eine starke Empathie, so versuchen dann, ey, warum denkst du, so, warum fühlst du dich so? Und ich versuche, Kahn, dir zu verstehen. Er wurde angefragt, wahrscheinlich per E-Mail und sagt, so baue ich das auch, per E-Mail und sagt, ey, hier Hurricane Katrina ist ja was ganz, ganz Schreckliches passiert. Wir machen ein Special auf MTV. Special, es ist live, es ist live, es sehen gefühlt 150 Millionen Amerikaner, wir würden gerne dich als Bewegung, als einladen, dass du auch was dazu sagst. Und er sagt, ich komme. Er fährt da hin zum Parkplatz, kommt und er grüßt ja erstmal alle wahrscheinlich. Aber er hat das nicht geplant, das ist bestimmt spontan. Er grüßt wahrscheinlich und alle sagen, ey, Kanye und so. Und dann ist ja so ein Telepronter davor. Ja. Telepronter vor der Kamera. Und dieser Nachrichtensprecher. Das war Michael Myers, das war Mike Myers, der Austin Powers Typ. Echt? Der ist neben ihm der Interview. Okay, ich wusste nicht, dass er das ist. Ja, der ist auch voll irritiert. Und das ist ja so ein Telepronter, wo die ja vorlesen, was sie sagen müssen. Das wird ja vorabgenommen. Und in dem Moment, was hat die dazu bewegt, das zu sagen? Von allen Sachen, die er sagen kann. Also von allen Sachen, das zu sagen. Und dann, was mich noch am meisten inspiriert oder lustig finde, ist, wie ist er wieder da rausgegangen? Weil die Kamera, das ist ja Cut. Dann haben die Cut gemacht. Dann hat man Chris Tucker gesehen. Ja, der auch ganz irritiert war. Der guckt so zur Seite. Und der ist ja ein Comedian, der muss eigentlich wissen, wie man mit so was umgeht. Der muss schlagkräftig sein. Der war überfordert. Und dann wahrscheinlich, so wie man Kanye kennt, ist er hingegangen und hat gemeint, hey, muss ich noch was machen? Und alles. Alle so, nee, nee, ist okay, geh. Ganz normal. Und dann steigt er wahrscheinlich ins Auto und geht. Und am nächsten Tag siehst du George Bush mit 15 schwarzen Kindern und macht dann so ein Bild, um das von sich zu kriegen. Alter, das war ein Sack. Ich mochte George Bush nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber wer mochte den schon? Aber das ist ja dann... Aber da ist... Denkst du, Kanye West hat das geschadet, dass der so ungefiltert ist? Nee, ich glaube, das ist irgendwo auch sein Markenzeichen. Ich glaube, er würde mehr Platten verkaufen, wenn das nicht ganz so wäre. Aber er hat so Sachen gemacht, die ihm schon so leid getan haben. So das mit Taylor Swift. Obwohl damals... Ich kannte die nicht. Da habe ich gesagt, ey, die Arme, der macht ihren Moment kaputt. Der geht da auf die Bühne und dann... Aber er hat... Aber vielleicht hat Taylor Swift auch in dem Moment das größer gemacht. Ja, weil sie hat extremen Mitleid bekommen in den ganzen Medien. Er sagt doch, Kanye sagt doch in dem Film I made it bitch famous. Ja, ja. In einem Song. Ja, ja. Ja. Aber wer hätte gedacht, dass da... Weil für mich war Taylor Swift zu der Zeit... Also ich kannte sie gar nicht und als ich diesen wie Memo meinte, habe ich gesagt, ja okay, so eine kleine Country-Singerin. Man dachte, die ist so aus wie Miley Cyrus. Wer hätte gedacht, dass die jetzt so wird, die hat ja alle überholt. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. So vom Erfolg. Das ist verrückt. Genauso Drake. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der so weit nach oben kommt. Ja, und bei Taylor Swift, da haben wir ja auch schon drüber geredet, da ist es ja wirklich so, dass zum Beispiel der Football-Merch mehr verkauft wird von diesem Footballer, mit dem sie zusammen ist, von der Mannschaft. Und die verkaufen mehr Tickets, nur weil ein Spieler von denen jetzt mit der zusammen ist oder war. Ja, dieser Kelz oder wie er das. Ja, ist halt eine Gelddruckmaschine. Alles, was sie anfasst, wird Gold. Wie kann man so... Das ist... Wir sind so fasziniert von Leuten, die diese Macht haben. Wie so ein Ronaldo, der so einen YouTube-Channel macht und hat so sechs Sekunden, vier Milliarden Abos. Das ist so... Ich habe mir gestern einen Vlog von Ferdinand angeguckt. Das war damals ein Teamkollege von Cristiano Ronaldo bei Manchester. Wer ist der Ferdinand? Ja, ja. Okay. Brutale Spieler auch. Und der war im Podcast von Cristiano Ronaldo. Guck mal, der macht uns auch einfach nach, unser Konzept. Hätte er nicht irgendwie in einem Tag zehn Millionen Follower gehabt? Ich glaube, in einer Stunde oder so. Wie geht das? Irgendwie sowas. Wie geht sowas? Ganz krank. Auf jeden Fall, das war ganz, ganz lustig, der kommt in diesem Vlog, zu Cristiano nach Portugal. Nach Portugal hat er ihn besucht, die checken ein und dann sagt Ferdinand zu ihm, und das ist ein Studio, der so, ja eins davon. Dann sagt er, wie? Sagt er, weil ich überall auf der Welt bin, gibt es exakt das gleiche Studio überall, wo ich bin. Dass ich immer Podcast drehen kann. Das heißt, in jedem Zuhause von ihm gibt es genau denselben Podcast, dass er überall drehen kann. Genau so, wie ich es wollte, wo ihr umziehen wolltet. Und ich so, ja, ich will dieses Büro haben. Ja, genau. Siehst du? Ja, krank, Mann. Das ist schon sehr krass. Boah, das ist eine ganz andere Macht. Ja, ja, der ist eine andere Liga. Aber er ist halt der berühmteste Sportler überhaupt, ne? Vielleicht der berühmteste Promi überhaupt, oder? Ja, ja. Ja, ja. Also ich würde auch sagen, auch wenn die mich jetzt angreifen, wenn wir jetzt so, ich glaube auch, dass er berühmter als Drake und Taylor Swift ist. Easy. Weil Fußball ist, wie sagt man? Ja, aber dann sagen halt immer die Leute, ja, was mit USA und Kanada. Da sind die ja nicht so Stars. Ist das so? Ich glaube, selbst dort kennt jeder. Nein, nein. Es gibt eine Statistik, dass man Ronaldo nicht so stark kennt in Amerika. Ja, dass die sogar teilweise rumlaufen können. Und so. Ja, ja, es gibt auch zum Beispiel dieses berühmte Interview von David Beckham. Und der war schon David Beckham. Das ist jetzt nicht lange, das war so vor zehn Jahren oder vor sieben Jahren. Dann ist er mit Floyd Mayweather rumgelaufen und dann haben Leute ihn immer gefragt, ob er die Kamera halten kann, damit die Leute sich mit Floyd Mayweather fotografieren. Und wenn du so guckst, auf der ganzen anderen Welt wäre Floyd Mayweather voll irrelevant gegenüber Beckham. In Europa wäre es andersrum. Genau andersrum. Das ist halt, weil Fußball halt da nicht so stark ist, aber dafür ist dann so ein Baseballstar voll berühmt. Das ist, dieses Baseballkartensammeln war auch so ein richtiges Game. Ja, heute noch. Es gibt immer noch diese Baseballkartenmuseen und so. Das ist krank. Manchmal lese ich Bücher von amerikanischen Autoren und immer wenn da die Rede von Baseball ist, man merkt, die schreiben das voll mit Begeisterung. Aber ich denke mir, mach mal diesen Part jetzt hier zu Ende. Ja, ja. Interessiert mich nicht. Auch in Filmen. Wir haben so, wir sind gar nicht sensibilisiert für Baseball. Ich kenne bis heute die Spielregeln nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist so wie Völkerball. Also so, wie ich das einordnen kann. Zum Beispiel bei Football und Basketball. Da kann ich das verstehen. Baseball ist immer so, es ist halt etwas, was so zur amerikanischen Kultur gehört. Das ist so, Vater, Sohn werfen sich Ball gegenseitig zum Garten, Baseballcaps, diese, aber ich kann das absolut nicht nachvollziehen, warum das so verankert ist in der amerikanischen Geschichte, dass das, ja, Baseball, deswegen hat dieser Sport außer in Japan, Baseball ist in Japan sehr groß. Der beliebteste Sport. Ja, mittlerweile. Soll sogar Fußball überholt. Außer in Japan, aber die sind ja eh immer außergewöhnlich, funktioniert auch der Sport nirgendwo anders. Es ist nur USA und ja und Kuba. Da ist das auch noch so. Da ist Baseball auch noch am Start. Ja, crazy. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Das ist so, ich glaube, das ist so, man muss einfach Amerikaner sein für Baseball. Gut möglich, man. Das ist, hier wird das niemals populär. Ja, Basketball leider auch nicht so sehr. Ich mag Basketball am meisten. Ja. Aber das ist schon so populärer, weil es gibt auch in jeder großen Stadt gibt es einen Basketballplatz. Ja. Es gibt in, das ist anders. Ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel Football sagt man, wird ja immer beliebter, weil die NFL, die kommen ja auch nach Europa, die kommen nach Deutschland, die kommen, die verkaufen ja Stadien aus und machen dann ihre Spiele hier. Aber ob man hier, ob hier Mannschaften entstehen, und die Förderung und so, das ist dann auch halt immer, das ist halt so das Faszinierende an Amerika. Die vier größten Sportarten da sind hier in Europa. Ich würde sogar sagen, von den vier großen Sportarten in den USA, das Beste von denen in Europa, was funktioniert, würde ich sogar sagen, eventuell ist Eishockey. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja? Eishockey ist groß. Wie groß ist Eishockey in Deutschland zum Beispiel? Langs-Arena immer. Aber sind das nur die, diese Kölner Haie, oder ist das auch wo? In Berlin Uber-Arena auch immer Eishockey. Aber verkaufen die auch uns? Ja, ja. Ja? Ja, Hamburg auch. Faszinierend. Stimmt, Hamburger Freezers gibt es. Ja, ja. Eishockey ist groß in Deutschland. Boah. Man denkt aber halt immer, weil man es nicht mitbekommt, weil wir keinen Freund haben, der sagt, ey, ich gehe zum Eishockey. Ja. Ich glaube doch, das ist auch so ein Hobby, da muss man ein bisschen Knet in der Tasche haben. Das kann, glaube ich, auch nicht jeder machen. Die Ausrüstung, dies und das. Bisschen wie Golfen. Wie Golfen, ja. Aber Golfen, ein Golf, ist aber Golfen teuer? Du brauchst nur diesen Schläger. Ich glaube schon. So ein Schläger, ein guter Schläger, zwischen 500 bis 700 Euro. Du brauchst ja 10 Stück davon. Ja. Krank, ey. Dann brauchst du so eine Tasche, also so eine Tasche kostet allein schon 400, 500 Euro, sowas Gutes. Alter, dann nehme ich die lieber in meine Hand. Dann brauchst du so einen Räder noch dabei? Ja, so der, der diesen Caddy fährt. Ja. Oder nee, der heißt Caddy, der Typ, ne, der das fährt. Keine Ahnung. Golf Caddy. Ja. Weißt du, wie teuer die sind? Ja, jetzt sagst du wieder irgendeinen Preis, der mich so komplett aus der Bahn nimmt. Doch, die kosten richtig viel Geld. Ja. Ja, ja. Und dann, so eine Mitgliedschaft kostet sehr viel Geld im Golf. Stimmt, Mitgliedschaft. Aber versteht ihr, guck mal, wie gesagt, zum Beispiel bei Tennis, auch wenn du Tennis nicht magst, du kannst das gucken und du kannst es verstehen. Ist spannend. Die Leute rennen hin und her. Bam, bam, bam. Könnt ihr verstehen, irgendwie diese Faszination am Golf? Da geht doch nix. Also, das ist für mich uninteressanter als Baseball sogar. Ja, ich glaube, das ist so ein Spaßfaktor wie beim Schachspielen, dass da so die Züge entscheiden, diese Mikrostandteile. Und Golf ist ja auch ganz viel Netzwerken, Gesellschaft, Golfclub. Ja. Da sitzen, das gehört ja auch zu dem Leben dazu. Kommen so Leute, wie ich und du, jemals in diese Golfkreise? Nein. Niemals? Nein. Warum? Die sind lustig. Das bringt nichts. Ah, ich war wegen dieser einen. Ja, okay. Nein, so nicht, auch davor, so die. Das ist aber nicht unser Style, ne? Ich habe jetzt sogar gehört, ich habe jetzt so gehört, es gibt einen Tennisclub, der, er findet sogar jetzt Ausreden hier, die sagen, wenn sie Leute mit Migration sehen und Leute auch, die sie ihnen nicht gefallen, also sie sagen einfach, das gefällt mir nicht. Egal wo die, auch wenn es deutsch ist, egal was. Dann sagen sie einfach, wir nehmen zur Zeit keinen mehr an, Aufnahmestopp. Wieder dieses elitäre Ding. Ja, ja. Also du musst schon von den Kreisen sein. Ja, aber wenn du jetzt so ein pakistanischer Milliardär bist, dann kommst du da rein. Ja, weil sie ja wieder was von dir haben. Ja, klar, klar. Das ist, äh, habt ihr gehört, dieser Inder, dieser, der Sohn, einer der drei reichsten Menschen der Welt, der geheiratet hat und die Hochzeit hat zu sexuell. Der Renner geholt hat. Ja, die sind geschieden. Und dann haben die gesagt, dieses ganze Geld, was sie für ihre Hochzeit ausgegeben haben, damit könnte man so ein Land in Afrika ein Jahr ernähren. So, die sind jetzt einfach geschieden. Wie geschieden? Ja. Hab ich heute auf so einer Newsseite gesehen. Hör auf mal, was geht denn da ab, man? Die Frau hat safe ausgesorgt. Ja, wenn er keinen, ja. Oder wenn sie nicht schon vorher reich war. Oder wenn sie schwanger ist von ihm. Aber von dem würde ich mich auch schwängern lassen. Nie wieder arbeiten. Nie wieder arbeiten. Das wäre eigentlich echt das Beste. Ja, was hast du jetzt noch in Zukunft vor? Weiter malen, mehr meine Kunst an den Mann bringen. Also, ich will, dass noch mehr Leute meine Kunst sehen. That's it. Mehr auf Social Media machen. Aber, das ist so ein Zwiespalt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich mache Videos und so weiter gerne, aber ich empfinde das manchmal auch als lästig. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, ein ideales Leben stelle ich mir so vor, ich muss keine Videos mehr machen. Ich mache einfach ein Video, wenn ich will und ich male den Rest der Zeit einfach. So stelle ich mir ein ideales Leben vor. Ja, wir auch. Ehrlich, ist das so bei euch? Sobald es zur Arbeit wird, ist das immer anders, ne? Ja, ja, ich will nur podcasten und auftreten. Podcast ist doch das Spannungssteste. Momentan ein bisschen schwer. Aber, das ist da das Zweite. Ich will einfach nur podcasten. Solche Auftritte sind kräftezehrend, würde ich mir vorstellen. Nein, ich mache das gerne. Ich bin gerne auf der Bühne, ich perform gerne. Das mag ich schon, aber wie du gesagt hast, dann kommt natürlich dieses ganze andere. Du musst deine Shows promoten, du musst posten, du musst Werbung machen, du musst Videocontent krimieren. Und das ist dann, was dann nervt. Man will so wirklich diesen Rolling Stones Status haben. Dass du nichts machst, nichts rausbringst, du postest einmal den Link deiner Tour und alles ist ausverkauft. Das wäre so ein Traum. Ja, man. Manchmal, wenn ich... Es bleibt auch ein Traum. Ja, weiß man nicht. Also ich gebe dir Hoffnung nicht auf. Mir ist das mal auf den Sack gegangen, wenn ich im Museum war und ich mir die geilsten Bilder der Welt angeguckt habe. Ich wollte das einfach mit mir selber haben, diesen Moment. Aber ich muss Content darüber machen und ich gucke mir das an und da muss ich gucken, dass da keine Leute sind, Fotos machen und dies und das. Das ist mir immer auf die Eier gegangen. Aber alles hat seinen Preis. Oder Leute, ich würde sagen, unser Job ist jetzt nicht der härteste auf der Welt. Ja. Wir müssen keine schweren Steine schleppen. Also wir haben unsere Leidenschaft zu unserem Beruf gemacht. Ja. Alles hat immer so zwei Seiten. Ja. In Leidenschaft steckt auch viel Leid drin. Deswegen ist das... Ja. Ja, ähm. Willst du noch was sagen? Ja. Irgendein, das letzte Wort geht an dich. Ja, wo findet man dich? Auf Social Media und so. Ja, bewerben. TikTok, YouTube, Insta. Ich bin überall vertreten. Wie, wie, wie? Überall, überall heiße ich gleich Harut Estevau. Harut Estevau, ja. Ich wollte euch eigentlich noch fragen, was eure Favorite Schauspieler sind, wenn wir jetzt schon darüber geredet haben. Ja. Wie viele darf man nennen? Drei. Drei nur? Wieso? Hast du mehr, die du unbedingt... Fünf, sag ich schon. Okay, fünf. Fang du zuerst an. Dancer Washington, Robert De Niro, Reda Toprak, Jared Butler und was geil ist, wir sagen immer was anderes. Das ist gut. Jackie Chan. Echt jetzt? Ja. Nein, du laufest. Ich bin gespannt, ob es die noch Schneidungen gibt gleich. Jackie Chan und Bruder, du guckst zwei Jackie Chan Filme. Denkst du? Ich muss dir nicht alles überzählen. Ja, gut. Das ist richtig. Und Lieblingsschauspieler, der mir richtig gefällt. Nach Filmen oder vom Art, vom Charakter? Beides. Leonardo DiCaprio, Johnny Depp. Leonardo DiCaprio. Ja? Ja. Dann Leonardo DiCaprio. Okay. Also ich sage, number one, unantastbar ist Robert De Niro für mich. Ja. Bester Mann. Joe Pesci. Ja. Kennt ihr seinen Film mit Robert De Niro wie ein wilder Stier? Er ist einer der besten Filme, finde ich. Ich finde das sogar ein besserer, das ist das Meisterwerk von Scorsese, Pesci und De Niro. Bruder, ich liebe wie ein Raging Bull. Der ist so underrated. Wusstest du, Ein Armenier hat das Drehbuch geschrieben. Nein. Yes. Echt? Jawohl. Jetzt kriegt er das extra Pluspunkte. Ja, direkt sympathisch. Ja. Also, Robert De Niro, Joe Pesci. Ich mag Christoph Waltz sehr, sehr gerne. Ja, der ist auch sehr gut. Ich tanze gern Walzer. Ja. Hören Sie weiter? Auch. Leo mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe ihn aber nur wegen Scorsese und Quentin Tarantino auf dem Bildschirm. Davor habe ich seine Filme nicht unbedingt so krass gefeiert. Und ein letzter, schwer. Habe ich Al Pacino gesagt? Den würde ich noch mit reinnehmen. Bei mir ist es halt sehr stumpf. Ja. Stallone, Van Damme, Schwarzenegger, Jackie und Jackie. Und Eddie Murphy. Ja. Fühle ich. Man kann da nicht widersprechen. Ey Leute, eine letzte Sache habe ich noch. Kennt ihr den Film 2001 Odysseus im Weltraum? Von Stanley Kubrick. Ja. Wie findest du den? Also, besser geht es halt nicht mehr. Also, das ist wahrscheinlich der beste Film überhaupt. Ja, findest du? Ja. Besser als Platzbrot. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ja. Bin ich schon so. Besser als Terminator 2. Also, ich sage dir eins, nach diesem Film seid ihr nicht mehr dieselben. Ihr seid ein anderer Mensch. so. Feierst du viele Sachen von Kubrick? Ich will so bleiben. Ja. Ich will mich immer verändern. Feierst du viele Sachen von Kubrick? Ja. Full Metal Jacket. Clockwork Orange. Clockwork Orange völlig überbewertet. Ich fand den voll langweilig. Ehrlich? Ja. Bruder, hast du diese Szene vergessen, wo er mit dieser Statue diese Frau Aber Full Metal Jacket, das ist mein Kubrick-Film. Schau dir, 2001. Sergeant Hartman. Geiler Typ, so ein krankes Intro, man. So ein krankes Intro. Geil, Alter. Ja, man. Scheines Rost, der Auge. Ich bin raus, ich weiß nicht, um was es geht gar nicht. Habt ihr Oldboy geguckt? Ja. Ja, die haben das Hollywood-Remake geguckt, diese Kapitel. Oh, nein. Und jetzt können die den Alten nicht mehr genießen, weil die wissen, was passiert. Weil wir wussten nicht, wir haben einfach angemacht. Mit Josh Brolin, Alter. Schande. Nein. Aber, das ist so, als ob man sich lieber diesen Asiaten von Fast and Furious anguckt als Jet Li. Ja. So, ist diese Qualität. Ist wirklich so. Ja. Ey, Jet Li, Kiss of the Dragon, so ein kranker Film. Boah, ich liebe diesen Film. Kiss of the Dragon ist brutal. Kuss of the Dragon. Kuss of the Dragon, das ist auch. Redafeiert auch Kuss of the Dragon. Ja. Kuss of the Dragon. Kuss, Kuss, Dragon, Alter. Dön oder Pizza? Das ist meine letzte Frage. Ich sag Pizza. Pizza. Ja. Ja? Ja. Was sagst du? Ich bin verwundert, dass der Pizza nimmt. Warum ich liebe Pizza? Doch, stimmt. Ich liebe Pizza, aber ich kann ja keine mehr essen. Wieso? Danach so sieben Tage keinen Darm, so Darm verschluckt. Ah, weil er hat wahrscheinlich Dings. Gluten. Aber wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Wissenschaft, er glaubt der Wissenschaft. Aber hat dein Arzt dir das beschädigt, dass du sagst? Ich warte auf die Ergebnisse noch. Ist das dein Ernst? Ja, ja. Weil, ähm, ich achte ja seit circa zwei oder drei Wochen. Zwei. Zwei Wochen extrem auf meine Ernährung. und, äh, hab dann, ich zähle auch Kalorien und dann hatte ich irgendwie so 1400 über. Mhm. Hatte ich noch da und es war so acht Uhr abends. Dann hab ich gemeint, komm, ich gönne mir so eine Pizza für die zwei Wochen. Diese zehn, zwölftausend Schritte am Tag. Mhm. Ich hab die Pizza gegessen, danach, Magenschmerzen, Krämpfe, alles wieder, dann konnte ich zwei, drei Tage nicht aufs Klo. Schmerzen, Krämpfe und jetzt ist sie wieder weg und alles wieder, egal was ich esse, ist alles gut. Sobald ich aber eine Pizza esse, ist es vorbei. Crazy. Deswegen hab ich mir jetzt so glutenfreien Teig bestellt und ich mach mir meine Pizza jetzt selber. Mhm. Echt? Ja. Ich mach mir die jetzt selber und das hat 90% weniger Kalorien. Du willst schon wieder mitessen? Ja klar, ich mach das hier für andere. Alter Schwede. Und ich hab jetzt auch Pasta gefunden, die 90% weniger Kalorien haben. 90%? 90% weniger Kalorien. 90% ist übertrieben. Doch, es ist hart. Wirklich. Es ist richtig krass. Aber du musst selber dann die Nudeln machen. Du kannst dann nicht mehr einfach kaufen. Das heißt, du kaufst nur die, es ist nur die Nudeln, die du kriegst. Nein, nur die Mischung. Ach, sogar die Nudeln musst du selber machen? wie so eine Roma aus Sizilien. Ja, genau. Nein. Doch. Wie die, so richtig, du musst... Hast du das schon mal gemacht? Nein. Aber mein Vater unterstützt mich. Wenn ich irgendwas will, dann macht er das. Ja. Deswegen sag ich, er soll das machen, aber der hat es natürlich schlau gesagt. Der hat gesagt, denkst du, ich mache jetzt jeden Tag für dich irgendwelche Nudeln oder was? Da sagt er, ich mache einen Tag alles fertig. Danach machen wir Beutel. Du machst hier ein Gefrierfach rein. Wenn du willst, dann tauchst du die auf und dann machst du die in Wasser. Voll klug. So, jetzt, und auch Brot. 90% weniger Kalorien. Ich halte das für betrieben. Ich habe komplett auf Brot verzichtet, Schein. Das ist hart, aber ich... Ich brauche das nur zum Frühstücken, sonst nicht. Der ist ja nicht mal da. Ich sage dir eins, wenn du das komplett weglässt, ist das ein richtiger Gamechanger. Ja, aber diese Mischung ist immer ohne Eiweih, also ohne Ei, ohne Nuss, Laktose frei, Gluten frei und noch zwei, drei andere Sachen frei. Das heißt, dein Darm ist ganz anders auf dieses Brot reagiert das Brot. Also kein Leben einfach ohne Brot. Nein, warum? Einfach nimmst du? Ist jemand nur einmal die Woche viel Arbeit, das alles einmal zu machen, dann machst du die einfach in Gefrierfach. Und dann backst du die auf. Das wird aber nicht so schmecken, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Weil diese Zutaten machen das ja aus. Weißt du nicht. Warum hast du auf Brot verzichtet? Weil ich wollte ein bisschen abnehmen, Alter. Leute, ich wiege 100 Kilo jetzt gerade. Das ist nicht normal. Aber du siehst nicht so korpulent aus. Doch, doch. Ich habe da so meine Stellen. Und ich habe gemerkt, wenn ich auch... Ich habe auch damals mich bei mir stehen, bevor ich... Ich wollte das selber sagen. Ich wollte genau dasselbe. Ich wollte nur sagen, sind die Stellen noch frei? Kann man sich noch bewerben? Ihr habt so eine Mind-Connection, Leute. Ja, ja. Ja, das ist leider so. Voll gut. Leider. Er sagt leider. Und ja, ich merke, das geht schneller, wenn man auf so Kohlenhydrate und sowas verzichtet halt. Ich esse auch immer, wenn ich irgendwo essen gehe, versuche ich immer ohne Reis und Brot zu essen. Das ist echt schwer. Das ist doch so ein Grashalm dann nur noch. Es geht leichter, als man denkt. Wenn man das so zwei Wochen nicht macht, geht das schon. Also guck mal, seit ich sein Fitness-Ding einhalte... Was ist denn sein Fitness-Ding? Ist, was du willst. Bleibt nur unter 1800 Kalorien. Ja, funktioniert das? Ich esse jeden Tag Eis. Seit zwei Wochen mache ich das. Ich habe jetzt knapp vier Kilo abgenommen. Okay, davon ist auch viel Wasser. Aber das ist viel. Drei Kilo Wasser wird das aber sein. Ja, aber ich leide nicht. Es ist nicht so, dass ich sage, boah, jetzt muss ich mir so Brokkoli, Hähnchen, ich muss das so abwägen. Ja, das ist kein Leben. Das mache ich nicht. Es zählt keine Kohlenhydrate. Nein. Nein. Ich habe sogar... Klingt jetzt scheiße, das zu sagen, aber ich zeige dir später unten was. Ja. Und ich bin ein Typ, der Eis und Brot und ich esse alles. Nur du musst halt in Maßen essen. Genau das kann ich nicht, Mann. Wenn ich eine Packung aufmache, esse ich die Packung komplett auf. Ja, dann... Ja, und was ich zähle gerade, also ich wiege ab, aber nicht, weil ich das für meine App so brauche, sondern einfach das Gefühl zu bekommen, wie viel habe ich vorher gegessen? Ja. Und jetzt sehe ich, ich kann jetzt mit Gewissen sagen, dass ich Minimum, Minimum, ich rede wirklich von Minimum, Minimum 2500 Kalorien am Tag gegessen habe. Minimum. Durchschnittlich wahrscheinlich 3.000 bis 3.500 Kalorien habe ich am Tag gegessen. Das heißt, du trackst das alles. Ich track das jetzt, um nur das Verhältnis zu sehen. Und dann haben wir noch ein Gefühl gekriegt. Guck mal, was passiert ist. Und das erst seit zwei Wochen. Räder, wir haben Spaghetti gekocht. Also ich habe gekocht. Und dann hat Räder mir reingemacht und ich habe gesagt, ey, warte mal, nicht so viel. Habe ich so, habe ich gewogen. Das waren ungefähr so 170 Gramm. 180 Gramm so ungefähr. Und dann habe ich das gegessen. Mein Sättigungsgefühl hat mir Signale gegeben, ey, du musst noch essen, du hast noch nichts im Marken. So wenig war das. Dann habe ich seinen Teller angeguckt. Dann ist mir so kurz so übel geworden. Ich sage, boah, wie kann man so viel essen? Dann sagt er unabhängig von mir das, du weißt schon, dass du mehr als das, was ich gerade esse, immer gegessen hast. Alter. Und dann merke ich, wenn ich zu meinen Eltern gehe, mein Vater macht mir einen Teller, dann habe ich das abgewogen zu Hause. Das waren 600 Gramm Reis. Und das habe ich manchmal dreimal am Tag gegessen. Also wir reden von, wir reden von 1,8 Kilo Reis so am Tag oder 1,6 Kilo. Weil die Mengen so groß waren. Ja, das geht schneller, als man denkt. 100 Gramm Kohlenhydrate haben zwischen 300 und 400 Kalorien. Also rechne mal. Ja. Nur Reis, ohne etwas. Und dann ab und zu mal hier so eine... Dann hast du noch 4000 Kalorien am Tag. Manchmal so eine Milchschnitte, dann Schokolade, dann ab und zu mal. Boah, diese Sachen zwischendurch, dann nachts eine Cornflux-Schüssel, auch die Mengen. Und ich sage, ich habe doch kein Gefühl. Ich habe teilweise nämlich 400 bis 500 Liter Milch zu meiner Cornflux. Halber Liter Milch. Plus nochmal diese 3000 Kalorien davor. Und dann irgendwann sage ich zu reden, ich kann nicht mehr meinen Magen. Ich habe irgendwas. Ich habe Darmprobleme. Ich bin froh, dass der nicht geplatzt ist. Alter, das ist doch nicht normal. Guck mal, ich war gestern auf dem... Also ich war zwei Tage nicht auf dem Klo. Und ich wiege mich ja jeden Tag. Gestern hatte ich 1,2 Kilo mehr als heute. Das ist schon hart. Ja, ja. Wie viel das... Also wie viel der Shit in deinem Darm wiegt. Bruder, bei mir auch immer ein Kilo weniger danach. Ein Kilo? Ja, ja. Das ist schon hart. Deswegen, seitdem, mir geht es besser. Wirklich besser. Aber ich laufe ja auch 10.000 bis 15.000 Schritte am Tag. Ja. Aber dieses in Mengen nicht mehr essen, dafür mehr. Und warum ich das machen will, mit diesem Teig, weil es mir weh tut. Es tut mir einfach weh. Ich will nicht auf Spaghetti verzichten, aber ich will dann auch nicht nur zweimal am Tag essen. Wenn ich diese Spaghetti jetzt so mache, habe ich ausgerechnet, bin ich bei ungefähr 450 Kalorien. Ich kann drei Teller am Tag davon essen. Ja. Entspannt. Ja, krass, Alter. Also ich habe... Und nimmt trotzdem ab. Deswegen habe ich gesagt... Ich weiß, was er meint, aber ich sage dir ehrlich, was er macht. Ich bin immer noch... Ich denke, ich kann mich irren, dass das nicht schmecken wird, weil das ist immer so. Weil ich habe das früher auch mal gemacht. So kalorienarmes Brot, kalorienarme Nudeln, weil das, was so schmeckt, das hat halt Kalorien. Und deswegen glaube ich, ist das schwer zu... Das wird nicht schmecken. Aber wenn er es schafft, ich verstehe, was er meint, weil er sagt, ey, das ist was, was er sich gerne gönnt. Wie zum Beispiel ich, ich mag gerne Eis. Ich liebe Eis. Ja, und ich lasse mir jeden Abend so 500 Kalorien frei und dann esse ich ein Eis. Und ich zeige dir später unten was, dann wirst du nicht glauben, dass du sagst, ey, es ist doch kein Eis. Ja, ich bin gespannt. Ich bin Eis-Profi. Ich habe mal 20 Kugeln Eis auf einmal gegessen. Ja, okay, das ist natürlich... Ich habe auch mal in einer Eisdiele gearbeitet. Ja? Ich habe den Leuten immer fette Kugeln gemacht. Ja? Ja, ich war mal selber ein Eis. Ja? Ja, ein Eis. Ich war... Aber mit Streuseln oder ohne? Ja, ja. Mit Strassiatela-Eis. Ja. Dann klären wir das. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam zu Ende. Ja, wir gehen langsam zu Ende. Zum Ende. Ja, das auch. Wir sind auch am Ende. Wir sind auch am Ende. Also, Arud, wirklich, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr, 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 sehr schön, dich kennenzulernen. Danke. Du bist ein geiler Typ. Du bist eine Inspiration. Du hast mir auf jeden Fall das, was schon immer in mir geschlummert hat, wie beim Tennis, das hat ja auch ein Gast bei mir so... Echt? Ja, ja. Tennis kam durch ein Gast durch Oli Bagno. Ist das so erweckt? Ich wollte schon immer, habe ich gesagt, ey, ich würde mir gerne mal diese Museen angucken. Aber ich glaube, ich werde das jetzt auf jeden Fall jetzt mal planen. Ey, in Deutschland gibt es auch gute Museen, Leute. In Dresden oder in Düsseldorf gibt es ein paar gute Museen. Ja, und wir sind natürlich auf Tour. Ja. Ja, die deutsche Tour. Wir sind am 21.11. in Oberhausen, 22.11. in Hamburg, 23.11. in Berlin. 28.11. in Stuttgart, 29. Frankfurt ist schon ausverkauft. Dafür haben wir eine Zusatzshow gemacht am 30.11. Frankfurt, das Finale. Kommt alle vorbei, gönnt euch Tickets, bringt Freunde, Familie mit. Es wird grandios, es wird einzigartig. Es wird nicht nur Comedy geben, sondern wirklich Star, Stars, Stars, mit Musik, mit allem drum und dran. Es wird eine Entertainment Show. Entertainment Show, ja. Also für Spielspaß ist für jeden geeignet, ist für jeden geeignet, auch ab zwölf Jahre oder so. Also da ist keine irgendwas, was man erst ab 18 hören darf oder so. Es ist einfach eine Entertainment Show für die Freunde und Familie. Kommt alle rum. Ja, ich komme da mit meiner Freundin hin. Ja, komm, in Hamburg bist du eingeladen. Komm vorbei, du bist natürlich herzlich eingeladen. Hammer geil, Mann. Und ja, ich bin auch noch auf Tour. www.nisab.tv Bewerbt das mal gut. Klickt auf Termine. Klickt drauf. Scrollen kann ich sowieso nicht mehr. Ja, runter scrollen. Und die Shows, die da sind, klickt drauf und euch Tickets. Shows, die da sind. Damit einiges auf euch zukommt, meine Damen und Herren. Oh, Jacek. Oh, Jacek. I know more than Jacek. Peace in the Middle East. Ciao, macht's gut. Vielen Dank, Leute. Sehr gerne. Ciao. Ciao, ciao.